So, und damit herzlich willkommen zur ShishaCast Episode 33. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern hab den lieben Marvin mit dabei. Hallo, guten Tag, ich bin der Marvin und ich bin auch dabei. Wunderbar. Ja, Folge 33. Wir haben eben beim Themenraussuchen gemerkt, es ist schon so ein kleines Sommerloch entstanden. Ja, schon ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht so krass, was die Releases oder sowas angeht, aber zumindest bei mir war ein bisschen was los. Ich wollte gerade sagen, also das Sommerloch bezogen auf irgendwie neue Sachen und News. Also wir haben beide geguckt und dachten so, okay, irgendwie doch relativ wenig dafür, dass die letzte Folge ja nur um Spanien ging. Und ja, aber dafür war einiges Real-Life-mäßig los, Events. Events, ja, auf denen wir auch noch beide waren. Ja, ja. Danach sind nämlich Dinge passiert. Worauf wir gleich zu sprechen kommen. Worauf wir gleich zu sprechen kommen, genau. Aber ich würde sagen, erstmal natürlich, wie geht's dir, Marvin? Ja, ja. Ja, ja. Da kann ich klagen. Genau, ich kann mich nicht beschweren so, ne? Das Deutschen größtes Lob. Nee, eigentlich alles in Ordnung. Also werdet ihr gleich beim Real-Life hören. Ich habe etwas weniger gearbeitet. Also das mit den weniger Releases hat mir eigentlich in die Karten gespielt, weil ich dann ein bisschen mehr Freizeit haben konnte. Weil jetzt nicht so essentielle Videos anstanden. Und ja, deswegen habe ich mir ein bisschen mehr Freizeit gegönnt. Und nach basically zwei Jahren richtig heftig durchballern, tut das sehr, sehr gut im Moment. Ja, das glaube ich dir. Man sieht dich sehr, sehr viel draußen auf dem Wasser. Ja. Wasser, Boot, Wakeboard, Stand-Up-Pedalboard. Alles, was draußen irgendwie abgeht, in und ums Wasser rum. Da bin ich dabei. Ja, muss man ja das schöne Wetter auch ausnutzen, was wir gerade haben. Richtig, richtig. Ja, das Ding ist halt auch, es ist ein Sommerloch bei den Releases. Das heißt, es kommt gerade gar nicht so viel. Und auf der anderen Seite ist Boot und Wassersport eigentlich so eins der wichtigsten, größten Hobbys in meinem Leben. Und das geht halt nur im Sommer. Das heißt, weniger Releases im Sommer. und das Hobby geht nur im Sommer, passt natürlich sehr, sehr gut in diesen Zeitkontext zusammen, ne? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ja, sollen wir direkt, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon so die anexantrische Einleitung in die Real-Life-Themen war. Ja, ich wollte eigentlich erst mal fragen, wie es dir geht. Also so, das ist... Das hat er mich nicht ausreden lassen. Schlimm, ne? Ich wollte nämlich sagen, weil ich wollte noch fragen, wie geht es denn dir? Ja, mir geht es auch wieder gut. Wieder gut? Ich bin fit, ja. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich sagen, starten wir erst mal den Setups rein. Bei mir habe ich mir mal wieder die Union Fibonacci geschnappt. Das Ganze, da muss man jetzt weiterhelfen, weil ich weiß den Namen nicht. Auf einer Tradikat Caesar Ball mit dem Namen... Ananas. Pineapple ist das? Blue Pineapple. Blue Pineapple, genau. Pineapple Blue. Oder so. Und drauf habe ich mir den Pot geschnappt von Hokain. und habe mir gebaut einmal die neue Sorte von Aino, den Tang. Oder Tang. Zusammen mit dem Place Nana. Der Traube von Place. Ein bisschen Strawberry Jam von Burn. Und dann als Topping noch oben drauf von Hooker Squeeze, X-Hooker-In, die White Cake Paste. Schmackhaft. Hast du meine... Ah, ne. Hier im Studio habe ich ja nur die kleinen Packungen. Ich habe zu Hause tatsächlich diese Liter-Packungen. Ne, ne. Die steht doch hier. Ach ja, stimmt. Ich habe sie mitgebracht. Okay, ich dachte, ich hätte die noch daheim. Aber dann habe ich sie schon mitgebracht. Das ist natürlich gut. Ja, die hatten die auf der Messe rumstehen. Warte, ich halte die mal... Ich halte die mal für alle, die das Video-Format vom Shisha-Cast gucken. Halte ich die mal in die Kamera. Ja, ne White Cake Paste. Also es ist Hooker-In und Hooker Squeeze. Haben jetzt zusammen Hooker-In-Squeeze rausgebracht. Also Hooker-Paste mit einer Sorte, die normal eine Hooker-In-Sorte ist. Und dann hatten die für die Messie diese Riesen-Packung. Und die fand ich so geil, diese Riesen-Touge. So geil, ja. Dass ich gefragt habe, ey, wenn davon eine überbleibt, kann ich die haben? Kann ich die euch abkaufen? Und ja, war letztens in einem Paket mit drin. Also sehr, sehr geiles Ding. Ich finde, das sieht aus wie eine Dessert-Soße. Ich finde, auch mit dem Bild und so. Und das sieht einfach so aus, als sollte ich jetzt, wenn ich einen Käsekuchen esse, als sollte ich diese Paste drüber machen. Ja, oder wie Ahon und Sio bei Pancakes, weißt du? Oh ja. Oh, das auf Pancakes wäre killer. Aber also Freunde, esst nicht eure Hooker-Squeeze-Paste. Aber ich habe auch Max gesagt, ich hätte gerne meine Lieblingssorten alle in dem Ausmaß. Ja, das wäre was. Also ganz ehrlich, so ein Vorratspack wäre schon cool. Also ich würde es feiern. Ich meine, oh, was kostet eine kleine Tube-Squeeze? Ich glaube, 5,90 Euro. Oh, was glaubst du, dass so eine große dann kosten würde? Ja. Das wäre bestimmt schweineteuer. Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich die am Start habe. Ich habe mir wieder die Hustler Hooker Pinocchio geschnappt im Volt-Collarway. Oder was heißt wieder? Hab die eine ganze Zeit lang jetzt relativ selten geraucht. Und gestern im Stream hatten wir Bock, mal wieder ein paar Sachen zu benutzen, die wir nicht so oft benutzen. Und da habe ich gestern den ATH Modell L, also den mit der Lippe und dem kleinen Depot geraucht. Und das Ganze eben auf der Hustler Hooker. Aber jetzt habe ich einen Wandenberg V1 drauf. Du musst mir doch mal sagen, wie der Colloway heißt. Zartgrün. Ah, ich dachte Mitternachtsgrün. Nee, es war Mitternachtsblau. Mitternachtsblau. Und zart? Zartgrün. Zartgrün. Er ist wirklich nur sehr, sehr zartgrün. Das ist eher so ein beige, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Also natürlich hast du so diesen grünlichen Stich drin. Ja. Aber zartgrün passt dann wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich finde den Kopf wunderschön. Also nachdem ich den bei Adi kaputt gemacht habe, habe ich direkt drei bestellt. Ja, einen für mich, einen für dich und einen wieder für Ali. Genau. Und jetzt habe ich noch den für Ali zu Hause stehen. Genau wie in die Case noch von der Messe. Ich habe den jungen Ewigkeiten nicht privat gesehen. Ah, perfekt. Ja. Ja, aber ich habe ihn, glaube ich, auch. Doch, wir haben die Keynote von Apple zusammen geguckt. Aber das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Mhm. Ja, ja, so ist das. Es ist wirklich, also von den Releases her, wenn ich jetzt so auf unsere Shownotes gucke, wir haben fast genauso viele Real-Life-Themen, wie wir News haben. Aber gut, fangen wir auch einfach mal mit den Real-Life-Themen an. Wie willst du es handhaben? Soll ich anfangen und dann erzählst du noch mal ein bisschen? Weil ansonsten wird das eine sehr, sehr einseitige Geschichte. Ich glaube auch. Ja, dann kannst du erst mal reinstarten. Ja, machen wir so. Das erste coole Thema, wir fangen erst mal was Negativen an, damit wir dann wieder zu was Positivem kommen können und mit was Positivem aufhören. Negativ, meine Autosituation, Freunde. Die ist leider nicht so gut. Bevor wir nach Spanien geflogen, nee, bevor ich zum O'Neill-Event gefahren bin, nach Hannover, habe ich mein Auto zum TÜV gestellt, damit das da schon stehen kann und die das machen können, sobald die da ready sind. Das Auto von meinem Papa, also der hat zwei, der hat einmal so eine V-Klasse, also mit so einem Bett hinten drin und dann noch eine E-Klasse, die haben beide TÜV bekommen. Und ja gut, bei der E-Klasse war das keine Überraschung. Aber bei der V-Klasse war das auch nicht hundertprozentig klar. Und dann dachte ich, ja gut, wenn der TÜV bekommt, dann bekommt meiner doch bestimmt auch TÜV. Und dann bin ich nach dem Wochenende bei O'Neill hingefahren, fahre in meinem Auto vorbei und sehe, da ist immer noch die braune Plakette drauf. Mein Auto hat keinen TÜV bekommen, Freunde. Es war aber tatsächlich was, was ich nicht wusste. Also der Rest war wohl soweit in Ordnung, aber die Aufhängung vom vorderen rechten Stoßdämpfer ist verrostet. Also irgendwie Domlager oder so nennt sich das. Keine Ahnung, bin kein Autodoktor, ich weiß das nicht. Aber auf jeden Fall ist da wohl was ein bisschen zu sehr verrostet. Ich meine, Rost ist ein bekanntes Problem bei den alten E-Klassen. Aber das heißt halt, dass meiner jetzt erstmal keinen TÜV hat. Und die TÜV-Werkstatt meinte ja, das kostet wahrscheinlich so 1200 Euro, das reparieren zu lassen. Das Ding ist halt, ich habe vor drei Jahren 1200 Euro für das ganze Auto bezahlt. Das heißt, das lohnt sich eigentlich nicht, das da noch reinzustecken. Ich hänge emotional schon irgendwie an dem Auto, weil ich es eigentlich geil finde, so eine Schrottkarre zu fahren. So ist mir scheißegal, weißt du. Ich komme vom Wakeboarden, ich habe eine nasse Prallweste an, ich schmeiße die einfach in den Kofferraum. Du musst dir nicht so viele Gedanken machen. Du fährst irgendwie Gartenabfälle weg und der scheiß Sack kippt im Kofferraum um und da ist ein bisschen Erde drin. Ja, so what, Digga, gehst du mal mit dem Staubsauger drüber und dann ist das so. Also du musst dir halt sehr wenig Sorgen drüber machen. Du musst dir keine Angst haben, dass da, wenn da jemand reinfährt, ist das jetzt nicht der absolute Weltuntergang. Schon scheiße, aber verstehst du das halt nicht so, als ob du so ein 50.000 Euro Auto als Geschäftsleasing vor der Tür hast und dann fährst du, so wie bei David. Dem ist einfach jemand in seinen Golf GTI gefahren, Fahrerflucht. David und sein Golf, das ist auch eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja, ja, der muss das Ding loswerden, da hausen auf jeden Fall Geister drin. Das steht unter keinem guten Stern. Aber trotzdem, da ist er ja nicht mal selbst schuld dran, ihm fährt jemand rein, fährt weg, Fahrerflucht. So, jetzt bleibt er auf der Selbstbeteiligung von der Vollkasko natürlich sitzen. Zack, irgendwie, weiß nicht, 500, 700 Euro, ich weiß nicht, was er an Selbstbeteiligung hat. So, und wenn das halt bei mir passieren würde und da wäre dann halt so ein Kratzer drin, ja, scheiße gelaufen, aber mein Gott, das ist halt jetzt kein Weltuntergang. Aber man muss ja mal sagen, du hast das Auto für 1.200 Euro gekauft und das bringt dich, hat dich die ganzen Jahre super gut von 1 nach 2 gebracht. Drei Jahre, wunderbar, einmal ist die Lichtmaschine kaputt gegangen, das kann aber immer passieren. Und ich meine, fährst gemütlich damit, das ist ein super Auto für dich, weil du gut reinpasst und deinen Platz hast. Das ist riesig, Digga, das ist eine rollende Couch. Ja. Das ist wirklich riesig. Ich fand das immer so witzig, du bist davor ja in 1er gefahren und ich finde das schon immer so witzig, dieses Bild, wenn du bei mir in einen 1er einsteigst, das sieht nicht passend aus. Nee, also ich brauche schon so 5er, BMW, A6 oder E-Klasse, dann, also wenn man über Luxusprobleme reden will, ne? Ja, aber dann passe ich sehr bequem rein. Also, wenn wir über Luxusprobleme reden, dann wäre das so die Autokategorie, die für mich noch gut passen würde. Naja, long story short, mein Auto steht jetzt vor der Werkstatt von meinem Onkel, der ist allerdings noch im Urlaub bis zum 16. Wir nehmen die Folge am 15. auf. Ich weiß nicht, ob der dann am 17. schon direkt, nee 17. ist dann Samstag, ja weiß nicht, ob der dann nächsten Montag schon wieder direkt in der Werkstatt ist oder ob der noch ein paar Tage, weiß nicht, Urlaub hat, aber wieder hier ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall guckt der dann mal drüber, sagt mir dann, was das kostet und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das machen will. Dann habe ich halt überlegt, okay, was, wenn der auch sagt, ja, das kostet irgendwie 800 Euro, 900 Euro, das lohnt sich halt nicht, 800 Euro in ein Auto zu stecken, was 1200 wert war vor drei Jahren. Ja, und vor allem, du hast ja trotzdem noch ein paar kleine Kinderkrankheiten drin, wo du dann sagen musst, wie lang halten die noch durch? Gut, aber also das Ziel wert, den nochmal über den TÜV zu bringen, nochmal zwei Jahre zu fahren oder solange, wie er eben noch fährt und dann ist gut. Naja, ich habe jetzt aktuell die E-Klasse von meinem Papa und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich ihm die abkaufen würde, falls meiner nichts mehr ist. Weil ich liebe einfach Mercedes und ich liebe einfach E-Klasse. Das Einzige, was für mich über eine E-Klasse geht, wäre eine S-Klasse, aber die ist dann natürlich preislich direkt wieder nochmal zehn Riesen drüber. Aber das kommt halt nicht in Frage. Der von meinem Papa wäre jetzt nicht günstig. Das ist ein W212 aus dem Baujahr 2016, also schon mit dem Facelift, nicht mehr mit der Vier-Augen-Optik vorne. Das wäre nicht günstig, aber ich würde den trotzdem deutlich günstiger kriegen, als ich vergleichbare Autos aktuell auf dem Gebrauchtwagenmarkt bekommen würde. Also ist halt trotzdem nicht wenig Geld. Und dann habe ich überlegt, okay, Geschäftsleasing, aber keiner weiß, wie sich das so alles entwickelt. Also ich habe jetzt keine Angst um meinen Job oder meine Selbstständigkeit mit der 25-Gramm-Regelung und Co. Aber ich will mir eigentlich auch nicht aktuell irgendwie monatlich 500, 600, 700 Euro Leasingrate aufhalsen. Vor allem, was da noch dazu kommt, ist ja momentan bei allen Neuwagen oder alles, was du dir holst, das hat halt teilweise Lieferzeit von über einem Jahr. Also natürlich je nachdem, was du holst. Also wenn Geschäftsleasing würde ich wahrscheinlich auf ein Model Y gehen von Tesla. Da sind die Lieferzeiten auch nicht so geil, wie sie mal waren, aber die sind immer noch akzeptabel. Ich glaube, aktuell hast du also vier bis sieben Monate. Und so lange würde mir wahrscheinlich auch zur Not mein Papa eins von seinen zwei Autos leihen. Also wenn es nicht anders gehen würde. Oder eins von meiner Mom, also die hat ja auch noch ein Auto. Ja, also irgendwie würde ich wahrscheinlich schon durch die Gegend kommen. Zur Not muss ich halt mit dem Fahrrad fahren. Aber ja, ich will trotzdem eigentlich nicht jetzt 600 Euro Leasing für ein Model Y bezahlen. Also das Ding ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich es machen. Aber wenn, also das Ding ist ja, du musst ja für zwei, drei, vier, fünf Jahre unterschreiben. Ich meine, du kannst es natürlich aussuchen, aber je kürzer, umso teurer wird es natürlich wieder. Ich denke, der Sweetspot ist da so drei oder vier Jahre. Und jetzt zu sagen, ja, ich will euch vier Jahre lang jeden einzelnen Monat 600 Euro überweisen, weiß ich nicht. Das ist schon wirklich sauviel Geld. Wenn du überlegst, vier Jahre sind 48 Monate, sagen wir einfach mal 50 Monate, fünf mal sieben sind dann, na 700, sagen wir 600. Das wären also 30.000 Euro. Das ist geisteskrank viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Also, schwierig, ne? Schwierig. Und das Auto von meinem Papa würde definitiv nicht 30.000 Euro kosten. Und den könnte ich wahrscheinlich deutlich länger fahren, wenn ich wollen würde. Ich wollte gerade sagen, den kannst du halt auch wirklich durchfahren. Wie viele Kilometer hat er drauf? 129.000. Also für eine E-Klasse noch nicht mal eingefahren. Ich wollte gerade sagen, für eine E-Klasse ist das völlig fein. Ja, vor allem ist das der kleinste Dieselmotor. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Der Nachteil ist, es sind halt nur 136 PS. Also, du kannst schon 150 Autobahnen, Tempomat ist kein Problem. Bist du auf den 150, das dauert halt ein bisschen länger. Aber ich bin eh ein recht gemütlicher Autofahrer. Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, dass du sagst, ich will jetzt mit 200 über die Autobahnen brettern, sondern du machst ja meistens Tempomat. Fände ich geil, wenn du da drauf trittst und ein V8 schreit dich an. Du hörst hier nur, ah, pfff. Wäre nicht, aber... Ja, aber in der Regel fahre ich halt einfach sehr, sehr gemütlich. Und der Vorteil ist halt, das ist die typische Maschine, die in Taxis drin ist. Es gibt Autos mit diesem Motor, die jetzt schon 500.000 Kilometer runter haben und da ist am Motor nada. Also, du musst gucken, dass du die Ölwechsel machst und dann hält dir das Ding eine halbe Million Kilometer. Also, im Normalfall kannst du ja immer Pech haben, ist immer so. Ja, aber so viel auf jeden Fall zu meiner Autosituation. Die ist gerade ein bisschen belastend, aber ja, ich habe meine Pläne vor mir liegen. Jetzt kommt es darauf an, was mein Onkel sagt und dann gucke ich mal. Yes. Ja. Du hattest auch ein schönes Thema und ein belastendes Thema, aber bei dir lassen sich die zwei nicht umdrehen. Nee, ich muss leider... Also, was heißt das? Lass erst mal mit dem Urlaub anfangen, dann reden wir noch über Onel und... Macht ja auch von der Chronologie her meistens Sinn. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind ja aus Sevilla zurückgekommen und bei mir war das dann so, ich war dann zwei Tage zu Hause und dann ging es eigentlich direkt ab in Urlaub. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich habe ja in Sevilla natürlich wieder gekränkelt. Also, ist ja Spanien Pflicht bei mir. Der Angst war literally noch nie in Spanien ohne Erkältung, ne? Beide Male war ich krank. War auf jeden Fall noch ein bisschen angeschlagen und auch als wir an dem Tag in den Urlaub gefahren sind, war ich noch nicht ganz fit auf jeden Fall. Aber immer negativ getestet. Ja, natürlich. Also, negativ getestet immer, jedes Mal. Und wir hatten echt Schiss erst mal, weil Flughafen Frankfurt momentan, die Flughafensituation ist ja doch sehr belastend, was man teilweise... Als wir nach Spanien los sind, ging es noch halbwegs. Ja, aber danach hat sich das echt extrem entwickelt. Also, teilweise, was ich für Storys gesehen habe bei manchen Leuten, wie das teilweise auch am Köln-Bonn-Airport aussah, das ist ja geisteskrank gewesen. Der Wenki ist beruflich in Rom gewesen und der hat am Flughafen zweieinhalb Stunden gebraucht. Also nicht, er war zweieinhalb Stunden vorher da, sondern er hat für den Prozess von Check-in, Koffer abgeben und Sicherheitskontrolle allein diese zwei Sachen zweieinhalb Stunden gebraucht für einen Innereuropa-Flug. Da würde ich normal, würde ich eine Stunde vorher am Flughafen sein. Das kannst du im Moment komplett vergessen. Ja, bei mir waren es Bekannte, also eine Familie, wollten eigentlich Familienurlaub machen. Auch in dem Zeitraum ungefähr, wo das da angefangen hat mit den ganzen Flugproblemen. Die waren sechs Stunden vorher am Flughafen und haben trotzdem den Flug verpasst. Was? Und der nächste Flug ging vier Tage später. Das heißt, vier Tage vom Urlaub sind einfach mal weg. Für den Arsch gewesen. Alter. Also, das ist halt... Da hatten wir echt Schiss gehabt, aber bei uns ging zum Glück alles fit. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Stunde... Wir sind Frankfurt geflogen. Frankfurt und dann... Antalya. Antalya. Genau, und wir hatten gar keine Probleme. Also, wir... Natürlich kurze Schlange beim Check-in, aber das war super. Und wie viel Uhr seid ihr los? Wir sind... Unser Flug ging um, ich glaube, 8.30 Uhr oder sowas. 8.50 Uhr. Also, eigentlich, wo ich schon sage, ich hätte ein bisschen Schiss, weil das doch schon eine Zeit ist, wo viel los ist am Flughafen. Aber wirklich sehr, sehr human. Check-in lief relativ gut. Wir haben im Gate noch eine Stunde Zeit gehabt. Also, wirklich alles super gewesen. Dann natürlich noch Schiss, weil man sehr, sehr viele Geschichten hört, dass die Koffer verloren gehen. Also, auf beiden Seiten. Ja. Aber auch das zum Glück, alles easy. Also, Flieger auch, war alles okay. Sind, äh... Wie lange fliegst du? Drei, dreieinhalb Stunden? Ja, so. Ungefähr. Irgend so was. Ähm, was ich etwas, äh... Wird fand, war, dass auf dem Flug keine Maskenpflicht war. Echt? Ja. Ist das Airline-abhängig, oder ist das jetzt generell... Ich weiß es nicht. Also, eigentlich habe ich gedacht, also, wir hatten auch Maske auf, weil, wie hat gesagt, ganz ehrlich, Flugzeug muss einfach nicht sein ohne Maske, weil es ist so ein... Ja, viel enger kannst du nicht mit 100, 200 Leuten eingesperrt sein. Eben, da haben wir gesagt, so Maske auf jeden Fall, aber es war... Hat ja gut funktioniert. Es war an sich keine Maskenpflicht gewesen, weil ich schon echt wert fand. Ja. Ähm, auf jeden Fall gut durchgekommen. Flughafen Natalia auch nicht so lange aufs Gepäck gewartet. Transfer dann einfach in ein schönes Hotel, ging auch zwei Stunden einfach... In welchem Hotel wart ihr? Äh, Kiermann, äh, Arcadia war das. Okay. Und Review? In zwei Sätzen? Ähm, also, dafür, das, was wir machen wollten, also wirklich einfach eine Woche im Hotel chillen, nichts machen, einfach nur bedienen lassen, essen, schlafen, nichts tun. Dafür, dafür ist es... Essen, schlafen, nichts tun. Ja, also, dafür ist es wirklich perfekt. Also, du, du hast überall Service eigentlich gehabt. Das Essen war super gut für ein All-Inclusive-Hotel. Also, das ist dann immer so so ein Punkt, wo ich immer ein bisschen Schiss habe. Da hatte ich gerade in der Türkei noch nie eine gute Experience. Also, ich war jetzt zwei oder dreimal in der Türkei, dreimal war ich in der Türkei und in allen drei Hotels, obwohl es immer vier oder fünf Sterne war, war das Essen nicht geil. Nee, ich war... Also, ich muss sagen, ich war super happy mit dem Essen. Krass. Also, es war, ähm... Natürlich, du hattest oft wiederholende Sachen, beziehungsweise du hattest Sachen dabei, die halt jeder isst. Die waren immer da, sowas wie Spaghetti Bolognese, weil halt auch, ähm, es war ein Familienhotel, aber wir haben halt ehrlich geguckt, dass nicht so viele Ferien sind, deswegen hielt sich das auch gut in Grenzen. Aber natürlich hattest du hier Spaghetti Bolognese oder so Kleinigkeiten, die halt wirklich jeder Depp isst. Aber du hattest gut abwechslungsreiche Sachen, immer frische Sachen gehabt und waren auch echt lecker. Und was die Türken halt wirklich können, sind Teigsachen. Also, ich hätt mich den ganzen Urlaub eigentlich nur von... Stimmt, du hast die ganze Zeit diesen türkischen Crepe gegessen, ne? Wie hieß das? Gößleme. 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 Gößleme, ja. Okay. Davon von Pide und von Baklava ernähren können. Ja, gut. Ich hätt gar nichts anderes gebraucht. Ja, gut. Gerade Pide und so. War schon sehr, sehr geil. Da muss ich eigentlich gerade kurz reingrätschen. Ich war in der letzten Woche dreimal türkisch essen. Ich hab's gesehen. Also, es kam aber auch viel zusammen. Ich habe nach der Messe die ganzen Leute ja zu Nazar nach Offenbach geschleppt. Das ist mein lieblingstürkisches Restaurant. Und dann war ein Kumpel bei einer Freundin zu Besuch und der war... Die waren beide dabei nach der Messe. Und der Kumpel war so, ey, können wir wieder zu Nazar gehen? Also waren wir samstags für Nazar verabredet. Ich hatte für Montag schon einer Freundin versprochen, dass wir zu Nazar gehen. Und war dann... Wann waren das? Vorgestern? Als wir in Umera waren. Ja, genau. Wir waren davor in Umera. Also, wir haben uns durch Zufall in Umera getroffen. Aber ich war auch in Umera. Und mit denen bin ich dann auch noch mal zu Nazar gegangen. Das heißt, ich war dreimal türkisch essen. Die kennen mich jetzt übrigens mittlerweile, ne? Die mussten auch noch mal zu Nazar gehen. Ich war da noch gar nicht. Hast du Bock auf Nazar? Ey, wir können Odo, der kommt ja gleich noch rum. Können wir fragen, ob er Bock auf Nazar hat. Ich bin dabei... Ich bin leider danach schon verabredet. Mit uns für Nazar? Nein. Aber wir müssen noch mal zusammen hingehen. Mit noch mehr Leuten für Nazar. Ja. Ach so, nein. Jetzt. Du hast Ja gesagt. Zählt. Sagt der Verabredung Bescheid. Ähm... Ja, ja. Auf jeden Fall. Türkisch Essen. Big Fan. Ja, also ich war sehr, sehr happy, weil wir hatten... Davor waren wir zweimal Ägypten gewesen. Und da war die Erfahrung nicht so gut. Gerade so war... Die Ägypter können nicht würzen. Also, das war alles sehr, sehr fad. Und da in der Türkei gar nicht. Also, wirklich super happy gewesen. Und du hattest halt... Wir haben am Pool gelegen. Und da waren einfach... Die Bedienung war auf Rollschuhen, ne? Ja, ich hab das so gefeiert. Geil. Die sind die ganze Zeit rumgefahren, haben dich dann gefragt, was willst du trinken? Willst du was essen? Hast du dann was bestellt? Und das hat's dann... Von fünf Minuten hat's dann Getränk und wenn du wolltest irgendwie Obst oder Chips oder irgendwas... Chips? Chips. Chips, ja? Chips. Chips, ja. Chips. 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 Ja. Chips. Zehn Uhr. Zeit für nen Kaipi, Digga. Ich hab geguckt, dass es wegen zwölf Uhr war. Ah, ja. Kein Kaipi vor zwölf. Kennt man ja den Spruch. Ja. Mhm. Ich hab mich um... Um zehn Uhr hätte ich mich schlecht gefühlt, wenn ich da am Pool... Aber zwölf... Kein Problem. Das ist Mittagszeit, das ist okay. Also Urlaubsfazit, voller Erfolg, schön entspannt, runtergekommen. Urlaubsfazit, ja auf jeden Fall. Also natürlich, was du nicht so viel machen konntest, waren irgendwie allgemeine Aktivitäten. War relativ wenig. Also das, was angeboten wurde vom Reiseveranstalter, fanden wir sehr uninteressant. Ähm, draußen hattest du auch nicht viel. Du hattest ein bisschen hier ein, zwei Bazaars, ein Outlet und ein paar Supermärkte. Habe ich mir eine Packung Adalia gekauft. Einfach nur, dass ich was zu mischen habe für meinen Pinkman. Ja. Aber das war es auch schon mit unseren Outdoor-Erfahrungen. Am letzten Tag haben wir noch Parasiling gemacht. Ach, wild. Ja, das war echt cool. War geil? Ja. Konntet ihr zusammen gleichzeitig hoch? Ja. Ah, okay, wild. Das war echt sehr, sehr cool. Und habt ihr euch nicht aufs Maul gepackt beim Anlaufen? Ne, du, die sind mit dem Boot rausgefahren. Ja. Und haben dann den Schirm im Endeffekt spannen lassen. Ja. Und haben uns dann, wir mussten uns dann aufs Boot setzen, haben uns eingehakt. Ah, und dann lassen die euch langsam hoch? Genau. Ah, okay. Ich kenne ja immer die Fail-Videos, wo Leute dann so 20 Meter über den Sand gestreift werden. Oh ne, das wäre echt belastet gewesen. Ich finde das witzig. Wäre jetzt auch eine schöne Geschichte für den Cast gewesen, sei ehrlich. Ja. Content, Alex. Content ist alles. Content ist alles. Content ist alles. Ne, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ansonsten war eigentlich wirklich nur um Hotel getrillt nichts gemacht. eine Frage an dich. Und da habe ich nämlich im Urlaub eine Abstimmung gemacht und ich hätte niemals gedacht, dass sie so ausgeglichen ist. Okay. Wenn du im Urlaub bist, würdest du dich eher an den Pool legen oder eher an den Strand legen? Ich habe diese Abstimmung gesehen und ich habe sie mit großer Abneigung verfolgt. Weil mehr Leute gesagt haben Pool. Ja. Schmutz, Digga. Ich möchte was dazu sagen und zwar, wir lagen auch häufiger am Pool als am Meer. Schmutz. Grund dafür war einfach, dass du am Pool Service hattest. Am Meer hattest du leider keinen Service gehabt. Das war für uns so der Punkt, okay, wir können die paar Meter zum Strand laufen. Gab es Poolplätze, die relativ nah am Strand waren? Poolplätze relativ nah am Strand? Oder musstest du fünf Minuten zum Meer laufen? Ne, fünf Minuten nicht, aber bis zwei Minuten gelaufen. Akzeptabel. Genau. Ich war dann eher so zu sagen, okay, auf der Liege lasse ich mich bedienen, dann laufe ich lieber die zwei Minuten zum Meer, wenn ich da rein will. Aber ich weiß nicht, für mich gehört zu Urlaub einfach Strand zwischen den Füßen. Ja, verstehe ich. Oder unter den Füßen? Beides. Beides. Ja. Ja, verstehe ich voll, aber bei uns war dann so, Service ist halt schon geil. Ja. Aber ich hätte auch bei der Abstimmung, das habe ich ja nicht dazu geschrieben, hätte ich auch gedacht, dass es irgendwie 90 oder 80 Prozent bei Meer sind und der Rest bei Pool. Das fand ich schon echt hart, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich finde immer diese Leute, die dann erzählen, dass die im Urlaub waren und dann eine Woche in einem Hotel, in einer Hotelanlage waren und dann einfach sagen, dass die nie im Meer waren, ist so, what the fuck, bro? Das verstehe ich, ja, das verstehe ich auch nicht. Why? Ja. Aber wenn du jetzt sagst so, ja, eigentlich lieber Strand, aber im Pool war Service und das Meer war nicht weit, ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Wenn am Meer halt kein Kaipi, ja gut, aber weißt du, was halt auch ein guter Punkt ist? Das mit den Rollstuhlen funktioniert auf dem Sand halt auch nicht so gut, ne? Das stimmt, ja. Vielleicht deswegen. Maybe. Könnte ein Grund sein. Ja. War auf jeden Fall ein gelungener und wunderschöner Urlaub. Sehr schön. Ja, und dann gingen die Rückpreise los und ich saß dann noch am vorletzten Tag, haben wir immer vorm Abendessen noch ein Köpfchen geraucht auf dem Balkon und das ohne die Wäschte. Und da hast du auch nie Probleme gegeben? Nee, gar nicht. Weil in Ägypten hattest du ja schon oft Probleme. Einmal hatte ich Probleme. Sag ich ja. Ja, da hat am letzten Tag, hat irgendein Zimmernachbar hat mich verpfiffen und dann rief die Rezeption an. Das könnte man ausmachen. Aber am letzten Tag ist ja auch egal. Da bei, in der Türkei gar nicht. Also da, ja, die hat sogar angefangen immer, also die Putzfrau hat immer den Balkon doch sauber gemacht. Ja, der hat wirklich die Pfeife noch auf den Tisch. Ich hab die dann immer... Pfeife mitgeputzt? Das wäre anders gewesen. Das wäre diese andere. Stell dir vor, Hotelliste zur Off-Service. Reinigung der Zimmer, Neubeziehen der Betten, Reinigung der Pfeife und Köpfe und HMDs. Was? Aber ich muss sagen, ich bin ja mit der Bonn geflogen. In Frankfurt haben sie mich rausgezogen wegen der Bonn. Wegen Bombe. Und da wurde ich dann erstmal ausgelacht von einer älteren Frau, die beim Sicherheitsdienst gearbeitet hat. So nach dem Motto, sie fliegen in die Türkei und nehmen eine Pfeife mit. Da hatte ich dann keine Lust, das zu erklären, dass das was ganz anderes ist. Aber ging so... Walla, Bruder, die haben kein Funnel HMD. Weißt du, wen ich übrigens gesehen habe am Flughafen? Unsere beiden Freunde von der Sicherheitskontrolle. Nein, der eine, der so ewig mit uns gequatscht hat. Der eine und den alten Mann, der mein Liquid abgenommen hat. Wir haben noch eine Rechnung auf dem Freundchen. Ich bin mit zwei Liquids geflogen. Basically identisch. Einfach nur in zwei verschiedene Flaschen abgefüllt. Eine musste er mir unbedingt abnehmen. Ich so, Digga, das ist genau eins zu eins dasselbe. Nein, das eine muss weg. Und ich so, komm. Nimm die kleine Scheißflasche, solange du mir die große lässt. Lass mich in Ruhe. Ich muss zu meinem Flieger. Ja, hab ich auf jeden Fall gesehen. War leider nicht da gewesen. Hä, war leider nicht da gewesen? Also wir waren nicht bei denen am Band. Achso, verstehe. Ich hab sie nur noch gesehen. Ich bin mit Absicht wieder zu dem Typ. Ich so, ey Bruder, alles gut? Lange nicht gesehen. Eine Woche. Ist halt echt. Du hättest dich auch gedacht so, Digga, du hast dein Leben, weißt du? Schlimm, ne? Letzte Woche Spanien, jetzt schon wieder Türkei. Irgendwas hab ich falsch gemacht. Ja. Ne, aber da ging alles gut. Beim Rückflug haben die mich rausgezogen wegen meiner Gabel. Die haben dann diskutiert, ob die zu spitz ist oder nicht. Die waren kurz davor, meine Gabel wegzuschmeißen. Ja. Hab ich auch. Ich hab ja so ein TikTok slash Insta-Reel slash YouTube-Shot gemacht zu Reisen und Pfeife. Das kommt immer auf die Leute an, die da stehen. Ja. Also mit Zangen, Gabeln und Co. kannst du Probleme haben. Du kannst sogar Probleme kriegen mit einer Bowl im Handgepäck, wenn die dir, weil die könnten argumentieren, dass du die zerschlagen kannst und dann eine Waffe hast. Weißt du, wie dieser typische Film, diese typische Szene, die man in den Filmen sieht, hast du eine Glasflasche, schlägst die kaputt und kannst dann Leute damit bedrohen. Könntest du auch mit einer Bowl machen. Theoretisch schon, ja. Aber wer haut seine schöne Cäsar wohl dann freiwillig dafür kaputt? Aber es kommt immer drauf an, wer da vor dir steht. Ja. Ne, aber was mich halt gewundert hat, dass die in der Türkei nicht rumgewechselt haben wie in Davon. Also, da war gar nichts. Obwohl, die sieht ja aus wie eine Bombe. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Wenn du da so diesen Querschnitt siehst und diese Rohren drinnen noch und die Bohrungen, hm, weiß ich ja nicht, Digga. Die haben dann, weil ich meine Gabel, die hatte ich halt irgendwie ganz tief im Rucksack drin, die haben die Gabel dann da drin gesucht. Haben dann meinen kompletten Rucksack ausgenommen. Ey. Belastend. Aber ich war Sprengstoff natürlich in Frankfurt gehabt. Ja, ja, klar. Standard. Mittlerweile. Bei uns auf jeden Fall. Wir immer. Wir sehen ja auch aus wie Terroristen, kannst ja nichts sagen. Schlimm. Ja. Aber da können wir vielleicht ganz kurz ein kleines Special einpacken. Reisetipps, Shisha mit in den Flieger nehmen. Ja. Das kann man aber allgemein in den Urlaub mitnehmen. Genau. Also, ich hatte es ja wie gesagt schon in diesem YouTube-Short Real-Ding, bla bla bla. Wir können es ja nochmal kurz recappen, weil vielleicht fragt sich jemand genau an der Stelle jetzt, ja wie ist das denn? Ja. Relativ einfach erklärt. Gasanzünder kannst du mitnehmen, natürlich ohne Gaskartusche, Freunde. Das sollte man gar nicht dazu sagen müssen, aber wir wissen alle, wie das Internet funktioniert, deswegen sagen wir es dazu. Kohle kann abgenommen werden, deswegen am besten, wenn man mit mehreren Leuten fliegt, Kohle aufteilen. Sprich, wenn wir jetzt in den Urlaub fliegen würden, wenn wir ein Kilo Kohle brauchen, nimmt jeder eins mit in seinen eigenen Koffer oder ins Handgepäck. Gasanzünder geht nicht, elektrische Anzünder ist kein Problem, aber am besten in den Koffer. Ja. Ähm, Pfeifen sind auch kein Problem, aber auch das am liebsten in den Koffer, weil die dir da auch wieder unterstellen könnten, dass du das als Waffe benutzen kannst, sei es Bowl oder Pfeife. Ja, kommt halt wieder drauf. Genau, ist halt wieder die Frage, welche Pfeife du mitnimmst. Ich habe gerade gesagt, ich nehme die Pfeife ins Handgepäck mit. Ja. Also gerade die One, weil passt perfekt. Ja, easy. Und ich habe sonst nur Laptop mitgenommen, ich habe extra mein Kamerazeug zu Hause gelassen, weil ich gesagt habe, so... Gar nicht erst in Versuchung kommen, noch Konten zu machen. Ja. Ja, besser ist es. Ähm, und Zangen, Gabeln und Co. können auch ein Problem sein. Genau. Muss man halt zur Not mal mit der Hand bauen. Ja, also ich habe extra geguckt zum Beispiel, dass ich die alte Zange von Chishaya mitnehme, weil die abgerundet ist, die hat keine Spitzen. Sehr gut. Und ich habe extra die Gabel von Werkbund mitgenommen, die auch abgerundete Spitzen hat, dass es eigentlich da auch kein Problem gibt. Ja. Nicht so wie jetzt zum Beispiel die Gabelstecherkombi würde ich ja zum Beispiel nicht mitnehmen. Und nehmt am besten nicht eine Zange mit, wie zum Beispiel die Alpha Zange, die schon aussieht wie ein Messer. Also da bettelt ihr ja auch geradezu darum, dass euch die abgenommen wird. Also da ein bisschen mitdenken, so wie der Alex, abgerundete Sachen mitnehmen, die möglichst wenig nach Waffen aussehen. Ne Zange sollte man wahrscheinlich schon mitnehmen. Ne Gabel, da findet sich bestimmt irgendwas, irgendein Stäbchen, irgendwas kriegt man da. Und man kann sich bestimmt zur Not auch ne Gabel im Hotel leihen oder so. Eben, leihen. Ja. Hä? Packst du die immer ein oder was? Bist du so ein Besteckdieb oder was? Natürlich immer. Türkei ist kein Besteck mehr da oder was? Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Directlybesteck.de. 10% Rabatt mit Direct D10. Ja. Perfekt. Alex macht jetzt Besteck Großhandel. Ansonsten Schlauch ist kein Problem. Mundstück gar kein Problem. Ja. Ähm, was haben wir noch? Kopf eigentlich auch gar kein Problem. Natürlich gucken, dass der gescheit verpackt ist. HMD gucken sie manchmal ein bisschen komisch, weil sie nicht wissen, was das Ding ist. Aber wenn du dann sagst, ja das packt man auf ne Shisha drauf, ist meistens dann auch okay. Und äh, was haben wir sonst noch? Was, was ich, was für mich persönlich äh Game Changer ist auf jeden Fall. Ich, ich will keinen Gasanzimmer mitnehmen, ich nehme immer einen elektrischen mit. Nehmt euch ein Verlängerungskabel mit. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. 5 Meter Verlängerungskabel einpacken. Game Changer. Ich war schon in so vielen Hotelzimmern, wo ich dann auf dem Balkon die Kohle anmachen wollte, weil drinnen natürlich nicht. Also generell auch Rauchen im Hotelzimmer meistens verboten, außer ihr habt ein Raucherzimmer. Auf jeden Fall Verlängerungskabel mitnehmen. Weil wenn ihr Pech habt, dann ist auf dem Balkon keine Steckdose oder in der Nähe vom Balkon keine Steckdose. Ja, das machen die ja auch meistens extra, dass die in der Nähe vom Balkon keine Steckdose packen und dass du halt nicht auf solche Ideen kommst. Ja. Voila, erstmal Elektrogrill mitnehmen. Ich glaube schon, dass es bestimmt Gäste gibt, die so eine Scheiße machen. Du, alles was möglich ist, würde in so einem Hotel schon passiert sein. Ja. Also auf jeden Fall Verlängerungskabel führen. Ja. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall. Hätten wir zum Beispiel auch in Spanien gebraucht. Ja. Da haben wir nicht dran gedacht. Genau. Richtig und richtig. Ja. So viel kurz da zwischendrin. Genau. Dann bist du wieder zurückgekommen und dann stand direkt das nächste Event an. Erstmal Rückflug war an sich, es wurde nur Maske empfohlen. Es war auch wieder keine Massenpflicht. Krass. Welche Airline war das? Türkisch Airlines? Ja. Türkische Airlines. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, da war gar nichts gewesen. Und ich muss sagen, ich habe wieder beide Flüge Glück gehabt, weil Hinflug hatten wir Fenster und Mittelplatz. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, setz dich am Fenster, ich setze mich in die Mitte und gewinne einfach den Kampf der Lehne. Mhm. Es war auch beim Hinflug, saß zuerst einer neben mir. Da habe ich auch mit sehr viel Druck den Kampf gewonnen. Der war sehr abgefuckt. Ja, du kennst es ja, wenn wir fliegen. Ja, ich kenne es. Ich bin halt doch nicht so schmal gebaut und ich brauche den Platz sogar. Ja. Das ist ja wirklich das, ich würde sonst die ganze Zeit so da sitzen. Ja, und dann zerreißt sie irgendwann den Rücken und den Arm. Deswegen, ich habe dann Glück gehabt. Ich kenne das wohl. Ja. Auf jeden Fall, beim Hinflug hatte ich das Glück gehabt, dass noch Plätze frei waren. Der Stuart hat netterweise den Herrn neben mir weggesetzt, weil er schon gesehen hat, dass der sehr krimmig geguckt hat und so ein bisschen so da saß. Also. Hat er gut mitgedacht. Ja. Da hatten wir einen Platz frei zum Glück und auf dem Rückflug auch. Geil. Am Rückflug saß gar keiner neben mir. Da war dann direkt, okay, ich habe Platz und das war auch sehr, sehr angenehm. Rückflug war trotzdem der Horror, weil ein Kleinkind dabei war. Und. Und. Wirklich. Public Service Announcement. Und wenn ihr kleine Kinder habt und ihr euch nicht zu 100% sicher seid, dass sie die Fresse im Flieger halten. Macht doch bitte einfach wie jede normale Familie einen Urlaub mit dem Auto und erspart 150 Menschen, drei Stunden oder mehr Qualen des Todes. Please. Also Rückflug musst du dir so vorstellen, wir heben ab. Und ich habe schon so nebenbei beim Boarding so mitbekommen, dass der bei Flügen nicht der angenehmste ist. So, weißt du, so nebenbei mitgehört. Und ich habe einfach gehofft, so dass es nicht zu schlimm wird. Ohne Spaß. Vier Stunden lang durchgehend Geschrei, Geheule, alles mögliche. Gut, dass sie keine Waffen erlauben. Hätte ich mich auf der Stelle erschossen. Rumgerenne. Ey, ich hätte kotzen können. Und dann irgendwann... Das ist doch wirklich so ein Ding. Ich glaube, da sind sich alle Menschen einig, außer genau diese Eltern, die ihre Kinder mit in den Flieger nehmen. Ey, also da bin ich echt halbwegs... Noise Cancelling hat null funktioniert. Oh, das ist belastend. Das ist... Da sind meistens die AirPods Max meine Rettung. Ja, ich hatte normal... Also AirPods Pro konntest du vergessen. Scheiße. Das war komplett lost. Schlafen kannst du natürlich auch. Das ist egal. Wie? Und dann, nach zwei Stunden, ich meine, Beinfreiheit... Du hättest richtig gekotzt. Beinfreiheit war jetzt nicht so krass. Aber man macht ja vor mir den Sitz komplett nach hinten. Erstmal so richtig schön in die Knie rein. Ja. Geil. Und ich so, ey, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das kann jetzt einfach nicht dein Ernst sein. Dass das Kind da vorne schreit und du mir dann noch den Beinplatz wegnimmst. Ich habe mir ja einmal das Upgrade of Business Class gegönnt, ne? Wo ich hier von den Malediven zurück, wo die mir dieses Angebot da... Weiß nicht. Wir waren wahrscheinlich noch viele Sitze frei und haben dir das günstig rausgegeben. Habe ich mir das einmal gegönnt. Alex, das ist der Wahnsinn, was das mit einer Flugreise macht, wenn du den ekelhaftesten, nervigsten, schmerzhaftesten Part nimmst und den einfach durch was Schönes ersetzt. Ja. Ein komfortabler Sitz. Umbaubar zum Bett. Mit so einem extra Matratzenaufsatz. Service, der der Wahnsinn ist. Ich bin wirklich spoilt für mein Leben. Ich hoffe, dass ich nie wieder das Geld habe, um Business Class zu fliegen. Weil ich glaube, ich würde es direkt wieder machen. Ich muss... Bei so einem 3-Stunden-Flug würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ich muss sagen, bei so Türkei, Spanien und so weiter ist mir das scheißegal. Ja. Aber ich bin einmal nach China geflogen, Business, und ich würde auch jedes Mal bei so langen Flügen jedes Mal das Geld drauflegen, Business buchen, muss ich sagen. Es ist halt schon meistens verdammt viel Geld, ne? Es ist verdammt viel Geld, aber du verbringst bei so 10 Stunden, du verbringst 10 Stunden auf diesem scheiß Sitz, wo mir nach 2-3 Stunden schon... Ja, aber wenn du den halt für 500 Euro oder für 3.000 Euro haben kannst, 2.500 Euro, da kannst du schon einen weiteren Urlaub von machen. Das stimmt auch wieder, ja. Überleg mal, 2.500 Euro, das verdienen die meisten Menschen nicht im Monat. Aber es ist halt wirklich, also wenn ich mir überlege, 10 Stunden oder länger in der normalen... Ich verstehe deinen Punkt, ich sage ja auch, es ist der Wahnsinn, was das mit einem macht, wenn man das einmal erleben durfte. Ja. Schwierig. Ja. Aber dann hast du überlebt mit dem Kind. Und dann ging's, du bist Freitag gelandet. Also ich bin Freitag gelandet und dann habe ich am vorletzten Abend, habe ich dann noch gequatscht, weil eigentlich habe ich das Only Event abgesagt gehabt, weil ich gesagt so, ist mir eigentlich zu viel Stress. Und dann habe ich gedacht... Verständlich. Okay, komm, vielleicht fahre ich einfach für einen Tag hin, weil das Event halt schon eines der größten Events jetzt in der letzten Zeit gewesen ist. Ich würde sagen, das größte Event dieses Jahr, Shisha-Szene, abgesehen von Messe. Ja. Ja, wird sehr, sehr gut hinkommen. Habe ich gesagt, komm, einen Tag würde ich vielleicht doch gerne hin, einfach weil es so ein großes Event ist und weil ich gerne da sein würde, die ganzen Leute sehen würde. Und dann ging's halt darum, okay, wer von den ganzen Leuten fährt nur einen Tag hin und am besten irgendwie, dass man auch zeitnah zurückkommt, dass alles easy ist. Und dann hatte keiner eingeplant, nur einen Tag zu fahren, sondern du warst länger da, eigentlich jeder war länger da, Ali, Yannick, alle in der Umgebung. So, Mo ist sonntags mit dem Zug gefahren, wo ich sagte, so, Mo, tut mir leid, aber nein. Ja, ich glaube, Mo hatte auch keinen Bock auf Zug, aber das haben die halt von der Firma so gemacht und dann ist das natürlich so. Ja, klar. Und dann hat mir aus dem Nichts Ümit auf einmal geschrieben. Nee, nicht aus dem Nichts. Nicht aus dem Nichts? Nee, der hat mir vorher geschrieben, wie mein Plan ist. Ach, der hat dir vorher geschrieben? Ja, und ich habe dann gesagt, frag mal Alex. Ach, krass. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Ümit mir dann geschrieben. Ich habe ihm dann halt gesagt, ich bin länger da, aber Alex kommt für einen Tag. Frag mal Alex. Perfekt, danke dir. Ja, gerne. Habt ihr euch beide die Hälfte vom Schritt gespart. Und noch Unterhaltung während der Fahrt. Ja, da muss ich gleich auch noch was zu erzählen. Auf jeden Fall hat Ümit mir geschrieben, gesagt, okay, komm, lass Samstag fahren, dann haben wir Sonntag noch zum Chillen. Super easy, machen wir so. Das heißt, ich bin Freitag gelandet und Samstagmorgen habe ich dann Ümit und Stefan eingesammelt. Und dann ging es Richtung Hannover, vier Stunden lang. Wann seid ihr losgefahren? Wir sind so losgefahren, dass wir um eins da waren, um neun Uhr sind wir los. Für Ümit auch keine Zeit. Nee, für Stefan und mich ja eigentlich auch nicht. Stefan muss doch aufgrund von seinem Kind. Ja, stimmt, Stefan ist meistens ein bisschen früher. Aber Ümit macht auch um zwei, drei, vier Uhr die Bar zu, fährt dann heim, pennt um fünf, dann stehst du natürlich nicht um sieben auf. Am Freitag hat er mich noch über FaceTime angerufen und meint so, Alex, wir haben es jetzt 18 Uhr, ich habe mir jetzt extra Einkauf gebaut, danach gehe ich nach Hause und pennen und bitte ruf mich an, wenn du aufstehst. Der Safety Call. Ja. Excuse me, could I have a wake up call at room 312? Ich dachte so, Ümit ist das gleich fucking ernst, dass ich dich anrufen soll, dass du aufstehst. Ja. Ja, auf jeden Fall hat alles geklappt. Er war auch wach. Fahrt war super angenehm. Ümit ist was, wenn es ums Bezahlen geht, ist das glaube ich so eine Mentalität. Natürlich ist auch Ümit ein lieber Kerl. Ich habe getankt. Ich habe gesagt, ja, bezahle ich natürlich. Der ist rausgerannt zur Kasse. Während ich noch getankt habe, hat das bezahlt. Ich gucke und sage, ist das dein Ernst jetzt? Und dann Burger King Stop gemacht. Ja. Frühstück. Der hat Stefan das Geld aus der Hand geschlagen, dass er selber bezahlen kann. Ey. Also super lieb, aber das ist so anstrengend. Ich habe einfach erstmal bezahlt und dann haben wir abgerechnet. Ja. Habe ich abgerechnet? Weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Phil Reinhold? Kriege ich noch Geld von euch? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Ja. Auf jeden Fall super angenehm gefahren mit den beiden auch, weil du fährst nicht alleine vier Stunden. Das ist halt Horror. Super angenehm gewesen. Ümit ist auch irgendwann eingepennt kurz hinten. Und ja, sind wir angekommen und dich gefühlt erstmal wieder gar nicht gesehen. Also wir sind angekommen, haben dann Basti getroffen und meinte so, Marvin ist irgendwo. Ich habe dich glaube ich auch erst vier oder fünf Stunden später gesehen das erste Mal. Hau mal da. Ja, ich habe auch tatsächlich erst in der Story gesehen, dass ihr da seid und dann irgendwann später euch gesehen. Aber wenn wir jetzt beim Only Event sind, du bist ja früher angereist. Da kannst du ja erstmal kurz erzählen, wie es bei dir war. Also ich bin mit dem Bus von meinem Papa hin, weil der hat ja hinten so ein Bett und ich wollte schon die ganze Zeit mal so Roadtrip mäßig mit dem Bus irgendwo hinfahren und im Bus pennen. Und wir hatten eh unser Base Lager bei dem Nico aus der SWG Community, auch schon ewig auf dem Discord und so. Und dann bin ich mit zwei anderen Jungs vom Discord, mit dem Phil und mit dem Reinhold, sind wir dann zum Nico gefahren. Am ersten Abend waren wir noch alleine. Also wir sind Freitag abends hingefahren, weil wir uns dachten, dann haben wir uns die Fahrt gespart. Abends kommt man bestimmt besser durch. War auch so. Und dann haben wir beim Nico noch einen Kopf geraucht und dann sind wir ins Bett gegangen. Und das hat tatsächlich ganz gut geklappt mit dem Pennen im Bus. Vor allem, weil ich ja beim Nico einfach ins Badezimmer gehen konnte, duschen, Zähne putzen, ganz normal wie immer. Und es war eigentlich ganz angenehm. Also am Anfang war es natürlich ein bisschen ungewohnt, aber dann fand ich es eigentlich ganz cool. Wenn du dann so deine Liegeposition im Bus gefunden hast, war geil. Und dann morgens halt wieder rein, ganz normal Frühstücken drin, ganz normal Bad. Wie war es wegen Kälte, Wärme? Perfekt. Ja? Geiler als im Schlafzimmer. Krass. Ja. Also jetzt im Sommer ist Killer. Der Bus hat hinten zwei Ausstellfenster, die ich aufgemacht habe und das Dachfenster auf. Da hatte ich immer so einen kleinen Luftzug. Ja. Und das war super angenehm. Also Temperatur war wirklich perfekt. Ich habe mir einfach meine Bettdecke und mein Kopfkissen von daheim mitgenommen. Das war halt auch Killer, weil das fuckt mich zum Beispiel immer in Hotelzimmern ab, dass ich dann nicht mein geiles Kopfkissen von zu Hause habe. Wie ist es eigentlich mit dem Platz im Bus? Füße gucken ein bisschen raus. Also ich würde sagen, also die Matratze ist glaube ich schon zwei Meter. Ja. Aber dadurch, dass hinten halt die Kofferraumklappe ist, liegst du nicht so presst mit dem Kopf dran. Also ich würde sagen, es ist etwas kürzer als ein normales Bett. Okay. Und aber ich glaube, da könnten auch, also wenn ich jetzt noch eine kleine zierliche Frau dabei hätte, würde das auch noch gehen. Aber ich glaube, wenn wir zusammen im Bus pennen würden, dann wäre es schon kuschelig. Ja. Okay. Vor allem bin ich morgens aufgewacht und lag komplett quer drin. Ja. Ja. Aber nö. Geht klar. Also für so ein paar Nächte ist das okay. Ich glaube, da wird auch mal eine Woche gehen oder so sogar. Krass. Also ich glaube, über eine Woche wird dann irgendwann meh. Ja. Aber ich glaube, eine Woche könnte ich da drin pennen. Das ist cool. Ja. Also ich fand es echt geil. Und ich weiß nicht, ich stehe auf diese Roadtrip, im Auto schlafen, Camping. Hast du eigentlich, wo hast du gepennt von Samstag auf Sonntag im Bus? Bei Nico? Auch wieder bei Nico, ja. Wir sind immer morgens bei Nico losgefahren und abends wieder zu Nico zurückgefahren. Ah gut, perfekt. Ja. Und dann waren wir auch auf dem Event von O'Neill und es war schon übel geil. Müsst ihr euch vorstellen, O'Neill, für alle die nicht dabei waren, hat halt eine riesige Sportanlage gemietet für den Tag. Das heißt, es gab auch Sanitäranlagen und alles. Es gab drin so eine kleine Grillhütte. Es gab genug Platz. Es gab genug Platz. Es war ein riesen Fußballfeld, wo O'Neill noch Pavillons und sowas aufgestellt hat. Es gab kleine Planschbecken. Es gab hinten auf dem Hartplatz eine komplette Tasting-Area. Das wollte ich mal dazu sagen, was ich von der Planung her echt cool fand, dass du wirklich den Sportplatz für die ganzen Leute eingeplant hattest. Ja. Und dass da auch kein Press war, sondern wirklich jeder hatte Platz. Ja, du hast ein mega Platz. Und hinten auf dem Hartplatz, der noch ein bisschen abgetrennt war, hattest du dann wirklich die Hersteller mit ihren Ständen, wo du dann immer hinlaufen konntest, probieren konntest und dann wieder zurücklaufen konntest zu deinem Plätzchen. Ja, das war wirklich killer. Ja, und dann haben wir da eben Camp aufgeschlagen und dann gab es verschiedenste Sachen, die du machen konntest. Du konntest was essen und trinken. Du konntest natürlich Pfeife rauchen. Also Kohle und Wasser wurde gestellt. Rest musste man mitbringen. Dann haben wir uns da mit unseren Campingstühlen ein Pavillon geschnappt, haben uns da ein geiles Camp aufgebaut. Es gab noch Paletten, die man als Tische benutzen konnte. Es gab hinten die Tasting-Area, wo man sich durchprobieren konnte und natürlich auch allen Leuten Hallo sagen konnte, die da so am Start waren. Da waren natürlich super viele Leute aus der Szene da. Das heißt, man konnte die ganze Zeit mit irgendjemandem quatschen. Es gab Fußball-Turniere. Es gab Tischtennis-Turniere. Es gab die typischen O'Neill Mini-Spiele. Also irgendwie so rotes Licht, grünes Licht. Ja. Hieß das so? Ja. Ja, rotes Licht, grünes Licht. Es gab noch den Shop plus Lose. Genau. Los-Aktionen gab es. Da muss ich nochmal kurz sagen. Da haben sich ein paar Leute beschwert. Ich habe 10 Lose gekauft. Ich habe nichts gewonnen. Digga, das fucking Glücksspiel. Hör auf rumzuheulen. Ich wollte gerade sagen, also kannst du dich ... Also bei den Losen musst du entweder ... Das ist wie mit Glücksspiel. Es ist Glücksspiel. Ja, natürlich. Aber es ist wie wenn du dich an so einen Automat setzt. Wenn du da 10 Euro reinschmeißt, musst du davon ausgehen, dass die 10 Euro weg sind. Und genauso ist das bei den Losen. Du musst das als Obolus für Team O'Neill sehen. Ja. Obwohl die ja nicht mal was davon hatten. Ja, aber da will ich jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Auf jeden Fall. Hört auf rumzuheulen wegen sowas. Das ist Glücksspiel. Wenn ihr kein Glück habt, dann ist das so. Das ist Glücksspiel. Dann lasst das. Es kann jedem alles passieren. Ich habe mir drei Lose gekauft. War halt nichts. Ist halt so. So einen typischen Kleingeld rausgekrampt und fertig. Dann ärgere ich mich jetzt nicht drüber. Wäre cool gewesen. Aber ist halt so. Stefan hat sich, glaube ich, 100 Lose gekauft. Alter. Aber der hat halt auch den Wert wieder rausbekommen. Hätte es sein können, dass der auch 100 Euro ... Ne, wie viel sind das? 300 Euro in Windschies? Natürlich hätte das sein können. Aber hätte auch sein können, dass der ... Ich hätte einfach für 300 Euro Lose gekauft. Der Stefan ist manchmal echt anders. Das ist krank. Aber der hat halt Spaß da dran. Und er verlost ja auch die Sachen. Muss man auch noch dazu sagen. Genau. Der hat gesagt, wenn er irgendwas Cooles kriegt, behält er das. Oder was er noch nicht hat, behält er das. Aber der hat gesagt, der hatte dann eine Corn Rock Bowl da stehen. Zwei Pfeifen, eine Maverick und eine Corsair. Und halt ein bisschen Kleinigkeit. Er hat gemeint, ja, das verlose ich halt in meinen Community. Finde ich super geil. Ja. Ich habe auch was verlost. Also ich habe mir 10 Lose geholt. Ne, 20 Lose. Mhm. 20 Lose geholt und hatte nur zwei Gewinne. Könnte ich mich auch beschweren. Aber ich hatte eine Hub-Kopf-Baugabel und eine Indie-Pfeife gewonnen. Also ich hätte tatsächlich wahnwertmäßig wäre ich auch besser rausgegangen, als ich reingegangen bin. Aber ich habe dann unter den ganzen Leuten, die mit mir da waren, wir hatten halt praktisch so eine SWG-Sitzgruppe. Ja, genau. Da hat mich auf Basti direkt hingewungen. Ja. Und habe dann noch gesagt, wer als Erster errät, welche Pfeife ich gezogen habe, kriegt die Pfeife. Und dann haben alle wild durch die Gegend geraten und dann hat der Dennis die Pfeife gewonnen. Das ist cool. Ja. Ja, aber O'Neill Event war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Und ich will jetzt nochmal sagen, ich hoffe, der O'Neill hört das. Ansonsten schreibt ihm das gerne, dass wir das gesagt haben im Shisha-Cast. Ich wünsche mir, dass das nächstes Jahr wieder ist. Ja, auf jeden Fall. Weil ich fand's mega nice. War ein sehr, sehr geiles Event. Richtig schön aufgezogen, gut organisiert und geplant. Ich hatte nie Probleme, was jetzt hier Pfeifen fertig machen, Pfeifen saum machen. Er hat extra sogar Mülleimer überall hingestellt, dass du wirklich deinen Kopf saum machen könntest. An jedem Platz, an jedem Pavillon. Jeder Pavillon konnte seinen eigenen Müll haben. Er hat die Pavillons aufgebaut, weil ansonsten wärst du da eingegangen teilweise. Er hat an alles gedacht. Er hat das wirklich so communityfreundlich wie möglich gestaltet. Hat die Hersteller noch dafür organisiert. Also mega geil. Mega. Also wirklich 10 von 10. Das Einzige, was man sagen könnte, die Sonne hat sehr geballert und am Ende war es ein bisschen windig. Aber das ist halt nichts, was in der Macht liegt. Und deswegen kann man da auch gar nichts sagen. Genau. Ja. Ansonsten, Samstag war noch das Tischtennis-Turnier. Ja. Ja. Wenn ich rein. Da bist du da. Genau. Ich habe mir einen Coach organisiert. Phil. Der spielt schon seit Jahren im Verein. Und mit dem habe ich auch schon häufiger mal eine Runde Tischtennis gespielt. Der hat auch schon einen Preis gewonnen beim 100K-Stream beim Tischtennis. Da kam er schon in seiner Butterfly-Jacke. Da ist so eine, wie sagt man das, eine Tischtennis-Marke. Mhm. Und dann hat er da schon einen Preis gewonnen. Und dann hat er mich gecoacht. Also es war halt nicht viel. Ich habe nicht geübt für das Event. Ich hatte leider keine Zeit. Ihr wollt es aber ja. Ich hätte mega Bock gehabt, dass ich so zwei Tage Tischtennis-Bootcamp mit Phil mache. Aber ich hatte nicht die Zeit dafür vor dem Event. Leider. Aber er hat mir trotzdem versucht, noch so ein paar Tipps zu geben, als wir uns ein bisschen warm gespielt haben und so. Und dann gab es natürlich das Blogger-Turnier. Als erstes habe ich gegen Schmiddy gespielt. Dann habe ich ihn besiegt. Bin also weiter ins Achtelfinale. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich im Achtelfinale gespielt habe. Viertelfinale war gegen Shisha-Küche, glaube ich. Das habe ich gewonnen. Nee, Halbfinale war dann gegen Shisha-Küche. Ja, Halbfinale war gegen Shisha-Küche. Ich weiß gar nicht mehr, Viertelfinale weiß ich nicht. Genau, Halbfinale dann gegen Shisha-Küche. Und Finale war dann gegen Komm, mach an. Der hat schon mal... Bei mir ist alles gut, danke. Gegen Komm, mach an, war ich dann im Finale. Der hat aber wohl drei Jahre lang irgendwie im Verein Tischtennis gespielt oder so. Es sah auf jeden Fall gekonnt aus, muss ich sagen. Ja, es war leider auch sehr gekonnt. Ich habe wirklich versucht... Also man muss dazu sagen, der Platz zwei hatte eigentlich den cooleren Preis. Nicht den wertvolleren Preis, aber den emotional wertvolleren Preis. Der erste Platz wäre eine Edition 4 Premium gewesen. Natürlich sehr, sehr geil. Aber da habe ich eine zu Hause. Eine normale, oder? Eine normale. War es eine normale? Ich glaube eine normale, ja. Ich dachte, da wäre noch irgendwas Special dran gewesen. Nö, ich glaube nicht. Das Special-Ding war nämlich der Platz zwei. Weil der Platz zwei hat eine limitierte Viral One Onel Edition bekommen. Mit dem Logo drauf. Und das fände ich natürlich für die Sammlung dann deutlich cooler als eine zweite Pfeife, von der ich schon eine habe. Ja. Hätte ich die gewonnen, hätte ich die halt verlost. Wäre auch cool gewesen. Also beides wäre in Ordnung, aber ich hatte schon Bock. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der Platz eins einen Pokal kriegt. Das wusste ich nicht vorher. Und hätte ich das vorher gewusst. Also es hätte nichts geändert, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben im Finale. Aber der Kollege, komm mach an, war einfach deutlich stärker an Tischtennis als ich. Und dann hat er gewonnen. Bin ich Zweiter geworden. Bin ich aber auch zufrieden mit. Ich habe die coole Viral One bekommen. Ist in Ordnung. Er hat den Pokal. Man muss ja sagen, du hast ja echt extrem gut gespielt. Naja, also ich glaube, ich bin für so einen Casual-Plep okay. Aber jeder, der mal wirklich ein bisschen Tischtennis gespielt hat, zerstört mich im Nullkomma nicht. Was man halt gesehen hat, das wollte ich nicht sagen, ist, dass er einfach konstanter gespielt hat. Also es war halt kein Problem für ihn, die ganze Zeit den Ball zurückzuschlagen, wo du dann einen Fehler gemacht hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Weil weißt du, was meine Taktik war? Ich spiele das Safe runter. Und das hat bei allen anderen, die dann versucht haben reinzugehen, funktioniert, weil die sich größtenteils selbst rausgeballert haben. Und ich habe einfach nur probiert, jeden Ball safe, aber nicht lasch zurückzuspielen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Die anderen haben ihre Punkte verschenkt. Ich habe sie gewonnen dadurch. Bei Komm, mach an, hatte ich da leider keine Chance. Für den war das natürlich ein Witz, wenn ich da die ganze Zeit defensiv gespielt habe. Da hat er mir Dinge um die Ohren geballert. Da habe ich den Ball fast nicht mehr gesehen. Und die Reflexe haben da auch nicht ausgereicht. Aber zweiter Platz, ich bin sehr zufrieden. Und dritter Platz ist da Cengiz geworden. Ja, dritter Platz ist Cengiz geworden. Sehr wild. Ich glaube, hast du gegen David noch gespielt? David hat ja noch kurzfristig mitgemacht. Ne, David... Also ich habe nicht gegen Dylith gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob er im Viertelfinale rausgeflogen ist oder bei einem Zweiter gekommen ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Das mit der Tasting-Ecke war bei uns auch ein bisschen verhängnis, weil wir sind angekommen. Ja. Wollten dann, haben wir unsere Sachen abgelegt bei Basti. Haben gesagt, ja passt, seid ja bestimmt da, könnt bestimmt kurz aufpassen. Wir wollten eigentlich nur kurz Hallo sagen gehen. Wir waren zwei Stunden später das erste Mal wieder im Pavillon. Ja. Ja. Das war... Ja. Aber es war halt sehr, sehr geil, einfach mal wieder alles zu sehen. Das ist wirklich... Eine kleine Sache will ich noch zum Event erwähnen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich habe samstags noch ein Video gedreht mit Darkseid. Und Darkseid hat mich vorher gefragt, ey Marv, wir hatten hier noch so Geschenkboxen. Hättest du Bock, dass wir die am Samstag mit so ein paar kleinen Challenges verteilen? Und das haben wir gemacht. Und da waren ein paar sehr, sehr geile Challenges dabei. Ist auch ein sehr cooles Video draus entstanden. Deswegen will ich da gar nicht mehr zu sagen. Falls ihr Lust habt, guckt euch gerne dieses Video nochmal an. Ich finde, das ist ein sehr ausgefallenes Video für den Kanal. Ich muss auch sagen, ich war ja dabei. Und ich bin auch ehrlich, ich gucke nicht alle Videos von dir. Also ich meine, wir reden über die meisten Sachen. Die meisten Sachen weiß ich so. Raus. Vorbei. Abbruch. Aber das Video habe ich mir mit so einer Freude angeguckt, weil ich das so gut fand. Also da ist auf jeden Fall Empfehlung. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Sehr, sehr coole Aktion. Auf jeden Fall. Für mich war das Event am Samstag ja schon vorbei. Wir sind dann um 21 Uhr, haben wir noch, saßen im Image, Stefan und ich noch kurz da. Haben überlegt, was machen wir jetzt. So, es wurde alles abgebaut und so weiter. Für den nächsten Tag fertig gemacht. Und haben überlegt, gehen wir noch irgendwie hier in Hannover was essen. Was machen die anderen so. Shisha-Bar wollten wir jetzt nicht unbedingt, weil das wäre alles zu spät geworden. Weil wir hatten natürlich noch vier Stunden Fahrt vor uns. Und haben uns dann schlussendlich entschieden, okay, wir essen einfach auf der Fahrt irgendwas. Und fahren nochmal zusammen ins Umera. So, gemacht, getan. Sind dann relativ zeitnah losgefahren. Und oft auf dem Weg einfach noch bei Magis gehalten. Das heißt, morgens Working, abends Magis. Sehr, sehr abwechslere Ernährung gewesen. Und habe natürlich auch gemerkt, ich war ein bisschen fertig. Weil vier Stunden hin, Event, drum und dran, viele Leute gesehen, mit vielen gequatscht. Und dann auf der Rückfahrt war schon so, okay, langsam merke ich, dass ich müde werde. Und sind dann, glaube ich, so roundabout 1 Uhr Amomera angekommen. Ich steige aus dem Auto aus und das war so der Punkt bei mir, wo es richtig bergab ging. Wo ich einfach, also ich habe gedacht, ich bin einfach nur fertig vom ganzen Tag. Aber ich war wirklich richtig am Arsch. Wir saßen in Umera drin. Hätte ich aber wahrscheinlich auch gesagt, so ja, vielleicht Sonnenstich, irgendwie sowas in die Richtung. Wir saßen in Umera, meine Freunde kamen noch, haben dann eine kleine Runde, es war nicht viel los. Haben ein bisschen gequatscht, jeden in Pfeife. Ich habe von meiner Pfeife ungelogen über den gesamten Zeitraum 10 zugenommen. Weil ich einfach, ich war komplett durch. Ich hing einfach an der Ecke, konnte nichts machen. Nächster Tag ging es mir immer noch richtig beschissen. Allerdings eher so Magen-Darm-Symptome. Wo ich dann gedacht habe, okay, Burger King und Megas gegessen, Magen einfach nicht vertragen. So, fuck off. Vielleicht ein bisschen viel Fast Food gewesen. Genau. Geht mir morgen bestimmt besser. Ja, bin ich nachts aufgewacht, glühend heiß. Und habe natürlich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal zwei Tests. Und ja, die waren auch beide positiv. Ah, perfekt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich aus dem Urlaub mir da irgendwie... Hast du ja was Schönes mitgebracht. Genau. Marvin hat diesen Flachwitz sogar noch angekündigt vor der Folge. Da ich mich zweimal drüber freuen kann. Ja. Und sei ehrlich, hast dich zweimal gefreut. Richtig, ja. Ja, auf jeden Fall positiv gewesen. Am nächsten Tag dann auch direkt zum PCR-Test gefahren. War auch positiv. Also einmal Corona mitgenommen. Was ich sagen muss, ich bin ja wirklich der Mensch, der bei Tasting Pfeifen nicht raucht. Und ich war... Ich hätte natürlich gerne alle Burn-Sorten probiert. Da kommen wir auch gleich noch zu reden, zu Burn. Hab dann aber gesagt, es muss nicht unbedingt sein. Ich brauche es nicht unbedingt. Wo ich jetzt im Nachhinein auch echt froh bin, weil das hätte... Überleg mal, du hättest da 22 Sorten von Burn. Du hättest da mal ein bisschen durchprobiert, in jede Pfeife reingepustet. Da hätten wahrscheinlich direkt noch irgendwie, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall ein paar hundert Leute Corona kassiert. Ich weiß nicht, wie lange sich die Bakterien in einem Schlauch und in einer Pfeife halten, aber... Natürlich nicht, aber... Es hätte nicht förderlich sein können. Deswegen, also ich habe auch keine Rückmeldung bekommen. Also ich habe... Ich habe allen geschrieben... Mir hast du ja auch Bescheid gesagt. Hab mich dann auch mehrfach getestet. Ich habe es zum Glück nicht bekommen. Ich habe auch den Leuten, die zum Beispiel mit mir Bilder gemacht haben auf Invent, auch erstmal da wieder... Hat mich extrem gefreut, dass die Community so krass da war. Aber da habe ich auch erstmal geschrieben, die mich verlinkt haben, hier... Pass auf. Habe es auch in der Story nochmal gepostet, dass die anderen noch sehen. Mir haben aber auch ein paar Leute geschrieben, mit denen ich Bilder gemacht habe. Haben dann danach geschrieben, ey, ich habe Corona. Ah krass, weil... Das heißt, ich hatte drei Kontakte zu Corona-positiven Leuten am Wochenende tatsächlich. Aber ich bin easy rausgegangen. Und ich habe zum Glück auch keine Rückmeldung bekommen, dass irgendeiner positiv ist, den ich geschrieben habe. Aber da war ich echt froh, dass ich da keinen irgendwie noch mit angesteckt habe. Ja. Ähm, ich muss mich allerdings ganz kurz aufregen über die momentane Corona-Situation. Wieso? Weil wir haben ja momentan wirklich so ein bisschen Sommerwelle. Müssen wir eigentlich kurz drum rumreden. Ich habe mich getestet und ich wollte es natürlich auch melden, dass das halt einfach offiziell ist. Ich habe dafür gebraucht, locker eine halbe Stunde, bis ich in der Hotline durchgekommen bin, dass ich das melden konnte. Ja. So, da verstehe ich jeden Menschen, der sagt, gebe ich mir nicht. Gebe ich mir nicht. Und du musst den mal geben. Ich habe es gerade mal nachgeguckt, weil ich nicht wusste, wie die Corona-Zahlen aktuell sind. Wir hatten im letzten Winter, also so die Zeit Januar bis März, hatten wir im Schnitt so 170, sagen wir mal 150 bis 200.000 Fälle. Wir haben aktuell 91.000 Fälle. Das heißt, es ist wirklich nicht so wenig im Vergleich zu vor einem halben Jahr. Und da sind ja alle, die, was du gerade angesprochen hast mit dem halben Stunde Hotline, fick dich Digga, ich verschwende nicht eine halbe Stunde von meinem Leben. Dann bleibe ich einfach so drin und gut ist. Oder die sich gar nicht offiziell testen lassen. Ja. Die einfach nur sagen, ich meine, stell das zu Hause, ich habe es und bleibe dann eine Woche zu Hause. Ja, genau. Und das finde ich echt der Horror. Und was ich wirklich einfach nur grenzdibil finde, ist der Punkt, dass du in Hessen theoretisch nach einem Ablauf von vier Tagen einfach wieder rausgehen kannst. Mhm. Also ich meine, nach vier Tagen war ich noch ansteckend zu Hause. Und noch super erkältet. Und erkältet. Und ich hätte theoretisch, ich hätte einkaufen gehen können. Ich hätte schön einkaufen gehen können. Ich hätte in Sumera gehen können. Ich hätte alles machen können, wo ich so sage, was ist das denn für ein Rott? Naja gut, auf der anderen Seite muss man auch einfach realistisch sagen, anstecken werden sich Leute immer. Ja. Klar, Risikominimierung. Aber ich meine, das einzige extreme Risiko, was ja eingeschränkt werden soll, ist, dass die Intensivstationen nicht voll sind. Und diese Sommervariante ist ja vergleichsweise relativ harmlos. Also zumindest was schwere Verläufe angeht, ist sie relativ harmlos. Und solange die Intensivstationen nicht bedroht sind, warum großartig einschränken? Ich verstehe auch deinen Punkt. Also freitesten fände ich schon. Gerade wenn Leute wirklich positiv sind. Ja, was heißt freitesten? Oder halt meinetwegen dann wirklich sieben Tage Quarantäne, dass danach nicht mehr anstecken bist. Ja, aber vier Tage, da habe ich schon gesagt, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also Verlauf war soweit okay. Es war eine starke Grippe. Also ich hatte lange nicht mehr so eine Grippe gehabt, muss ich sagen. Meine Haut war auch betroffen. Krass. Also ich hatte Schmerzen im Rückenbereich, aber nicht Rückenschmerzen. Also hier hatte ich auch Rückenschmerzen. Also generell Gliederschmerzen. Genau, aber bei Berührung, wenn ich mich hingelegt habe, hat mein Rücken weh getan. Krass. Ja, das heißt, ist natürlich scheiße, wenn du Grippe hast, zu Hause im Bett liegen willst und dein Rücken tut mir, wenn du dich hinlegst. Und wenn du aufstehst, dann kicken die Gliederschmerzen und dann ist trotzdem scheiße. Ja, okay. Ansonsten halt am Anfang Fieber gehabt, Erkältung, aber es ging nicht krass auf Lunge. Ich hatte, ich habe keinen Geschmacks- oder Geruchsverlust. Aber du hast auch gesagt, du hattest wirklich null Bock zu rauchen, ne? Ich hatte gar keine Lust. Also ich hätte wahrscheinlich irgendwann wieder rauchen können, weil der Husten ein bisschen nachgelassen hat. Ich hatte keinen Bock, mir einen Kopf zu machen. Der einzige Grund, das habe ich auch dir gesagt, warum ich mir einen Kopf hätte machen wollen, wäre einfach, um Beschäftigung zu haben, um Content zu erstellen. Ja. Weil ich habe auch so zu meiner Freundin gesagt, ich müsste, um jetzt zu arbeiten, müsste ich mir jetzt einen Kopf anmachen. Ja. Oder zumindest einen Kopf bauen. Ja, oder einen Kopf bauen. Und ich hatte weder Bock auf den Geruch, noch auf den Geschmack, noch irgendwie allgemein zu rauchen. Auch nicht auf Nikotin. Ja. Also nicht mal irgendwie so schnell ein Vapestick, irgendwas. Kleinen Snooze rein. Ja, null Bock, irgendwas zu machen. Krass. Also das war schon... Dann weiß man, dass der Alex wirklich krank war. Ja. Also bei Erkältung ist halt so, ja, Spanien. Ja. Habe ich ja trotzdem Bock auf den Kopf gehabt. Ja, safe. Aber da war wirklich so, lass mich einfach in Ruhe. Ja. Wie lange hast du dann gebraucht? Ziemlich genau eine Woche, ne? Ein bisschen über eine Woche war ich positiv. Habe ich dann negativ getestet zweimal. Und dann, ja, ging es auch wieder. Und da hatte ich auch wieder, ich hatte auch nach einer Woche, hatte ich auch wieder Lust auf den Kopf. Natürlich hat das auch mitgeschwungen mit, ich liege zu Hause und mach nichts. Habe irgendwie zwei Serien durchgeguckt. Was hast du geguckt? Und ich habe die neue Staffel Playlist habe ich durchgeschaut. Mit 20 Folgen irgendwie, 45 Minuten. Und ich habe Stranger Things angeguckt, da habe ich die erste Staffel jetzt durch. Geil. Da sind ja jetzt noch die letzten beiden Folgen rausgekommen, die by the way zusammen vier Stunden lang gehen. Was? Vier Stunden. Eine geht anderthalb Stunden, eine geht zweieinhalb Stunden. Die letzten zwei Folgen sind wie zwei Spielfilme. Krass. Ist das dann abgeschlossen, die Serie? Weiß ich nicht, ob die vierte die letzte ist, kann ich dir gar nicht sagen. Achso, weil die halt so ewig lang gehen hätte. Nö, weiß ich nicht. Aber die vierte Staffel hat ja eh relativ wenig Folgen. Aber literally jede Folge ist so lang wie ein Film. Krass. Also ich glaube, die erste war noch ein bisschen kürzer und dann war jede Folge über eine Stunde. Und Peaky Pilein aus der letzten Staffel habe ich noch gesehen. Ja, das habe ich irgendwie nie abgeholt. Aber ich muss sagen, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ja, glaube ich. Also auf Serie gucken im Bett. Du hast dann, wenn du das zwei, drei, also am ersten Tag, wenn es einem noch nicht so ultrascheiße geht, denkt man sich meistens, ja gut, dann lege ich mich hin, dann gucke ich Serie durch und naja, ne, fickt man schon irgendwie rum die Zeit. Aber ich bin auch so, wenn ich dann zwei Tage, also am zweiten Tag wird mir meistens schon so langweilig, dass ich keinen Bock mehr auf nichts habe. Ja. Und das Problem war halt, ich hatte, das haben wir auch kurz geschrieben. So, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr Serien zu gucken und dieses Nichtstun. Aber mir hat auch die Motivation gefehlt, was anderes Produktives zu machen. Du hast ja gemeint zum Beispiel, ich würde mir einen Schnittkurs irgendwie online machen. Ja. Ich würde irgendwie Videos über Videobearbeitung gucken, App-Programmierung, irgendwie sowas. Ich würde dann irgendwas lernen. Ich hätte keinen Bock, irgendwas in der Richtung zu machen, weil ich es nicht umsetzen kann. Weil ich nicht sagen kann, okay, ich mache das jetzt und kann es direkt ausprobieren, weil ich kein Content dafür habe. Ja, aber du hast doch genug alte Sachen, die du hättest irgendwie zusammenschlagen. Ja, aber das war so, so Motivation war einfach bei null. Wo ich da, dieser Konflikt dabei ist so dumm gewesen. Ah, scheiße. Ich war echt froh, als ich am ersten Tag wieder raus konnte. Wir sind essen gegangen, waren um mehrere so. Alles super easy gewesen. Und ja, jetzt sitze ich wieder hier und bin zum Glück auch fit. Endlich wieder fit. Aber dann kommen wir erstmal zu deinen schönen Nachrichten. Und zwar, du hast dir was Neues besorgt. Ja, ich habe mir ein Stand Up Paddle Board gekauft. Ja. Und wie schon erwähnt, ich bin gerne in, am, auf, ums Wasser rum. Und wenn mein Papa allerdings nicht kann mit seinem Boot, dann kann ich halt nicht aufs Wasser. Ich habe ja kein eigenes Boot. Und ich fand Stand Up Paddle, das habe ich schon ein paar Mal damals in Koblenz gemacht. Da haben wir uns dann welche geliehen und so. Aber hier gibt es ja jetzt keinen Verleih, also wahrscheinlich in Frankfurt oder so. Aber es ist ja auch Quatsch, dann da jedes Mal eins zu mieten. Und Decathlon hatte ein Angebot für eins. Dann bin ich da hin, habe mir das mal angeguckt, habe es auch direkt mitgenommen und bin auch direkt zum Wasser gefahren. Ist schon chillig. Weil du hast ein bisschen Bewegung, aber es ist jetzt nicht unglaublich anstrengend. Und selbst wenn es anstrengend wird und dir warm wird, dann hüpfst du halt kurz ins Wasser und kletterst wieder aufs Stand Up Paddle Brett. Und dann kannst du da einfach ein bisschen gemütlich rumfahren. Und was für mich ein extrem geiler Punkt ist, den jetzt vielleicht viele Leute nicht so nachvollziehen können, du aber wahrscheinlich schon, du kannst dein Handy nicht mitnehmen. Du kannst dein Handy nicht mitnehmen. Dein Handy ist so weit von der Uhr weg, dass du auch keine Push-Benachrichtung kriegst. Das heißt, du paddelst einfach nur mit dem Brett übers Wasser, hörst das Wasser plätschern, die Tiere in der Nähe, irgendwelche Vogelgezwitscher. Die Sonne ist am Start und du bist am Wasser und alles ist cool. Und du kannst nicht arbeiten. Du kannst kein Content machen, egal wie sehr du es dann doch wollen würdest in der Situation, was wirklich perfekt ist. Da möchte ich auch noch kurz was dazu sagen. Das war meine Mission im Urlaub. Wir sind im Hotel eingecheckt. Wir sind aufs Zimmer kurz gegangen, haben die Koffer abgelegt. Das Erste, was ich im Zimmer gemacht habe, ich habe Don't Disturb, also nicht stören allgemein. Und ich habe alle Notifications von meinen Social Media Apps ausgemacht. Ja. Und es war so schön gewesen. Weil, das ist halt das Ding, du denkst vielleicht nicht dran, aber du guckst dann aufs Handy und dann ist irgendwie Instagram, TikTok, was weiß ich, WhatsApp. Und das einfach ausgestellt, einfach nur reinzugehen, wenn du möchtest. Irgendwie, ich habe mir eine Stunde vormittags, eine Stunde abends genommen, wo ich dann mal auf Instagram gehe, mal eine Story mache, was weiß ich. Es war wirklich, das war wirklich Erholung, muss ich sagen. Glaube ich. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das hat mal gut getan. Auch wenn irgendwann natürlich der... Es war immer im Hinterkopf immer ein bisschen. Du denkst so, okay, jetzt könnte ich eine Story machen. Da könntest du schon ein cooles Bild machen, vielleicht ein Reel drehen. Aber einfach mal ausschalten. Ging nicht. Ja. Ja, ja. Das ist manchmal echt wichtig. Ja, also das mit dem Stand Up Paddle tut auf jeden Fall gut. Wenn ich kann, gehe ich trotzdem lieber wakeboarden. Und speaking of wakeboarden. Ich lag abends auf der Couch und wir haben noch eine dritte Person zum wakeboarden gesucht. Mhm. Weil, also beim wakeboarden ist es so, auf dem Boot müssen immer drei Personen sein. Beziehungsweise auf dem Boot zwei und einer darf dann wakeboarden. Sprich, es gibt den Wakeboarder, es gibt den Bootsfahrer, den Kapitän. Es muss aber auch immer einen Spotter geben. Du darfst nicht zu zweit. Also wenn ich jetzt nur mit meinem Papa auf dem Boot wäre und er muss fahren, dürfte ich nicht wakeboarden. Ach krass. Und da gibt es echt hohe Strafen für. Also das willst du nicht machen. Aber warum? Also was könnte passieren? Also mein Papa, wenn der das Boot fährt, muss der natürlich nach vorne gucken. Ja, genau. So, und wenn ich dann falle und ohnmächtig werde, diese Prallwesten sind nicht ohnmachtssicher. Und wenn ich dann eine Minute kopfüber im Wasser treibe, wäre das sehr, sehr ungünstig. Ja. Das heißt, du brauchst immer eine dritte Person, die dauerhaft dafür da ist, nach dem Wakeboarder zu gucken. Damit die dem Fahrer sagen kann, Sturz, umdrehen und auch sagen kann, irgendwie heftiger Sturz, wir müssen da schnell hin. Irgendwie so. Weil die Westen halten dich zwar oben. Ja. Aber wenn du halt mit dem Kopf im Wasser bist, dann ertrinkst du halt, wenn die zu lange brauchen. Wenn du halt, weiß ich nicht, wenn du ohnmächtig wirst und du treibst da und das Boot ist in 20 bis 30 Sekunden da und die ziehen dich raus. Dann gibt's, also ich kenne niemanden, der beim Wakeboarden ertrunken ist. Aber es ist eine Gefahr, die besteht. Vor allem, wenn du halt niemanden hättest, der danach guckt. Naja, auf jeden Fall lagen wir auf der Couch. Ich lag auf der Couch und habe überlegt, wen man noch mitnehmen könnte. Ja. Und dann kam mir eine Idee und zwar hat der Sandro ein paar Mal auf meine Storys geantwortet, dass er auch gerne mal Wakeboarden probieren würde. Also Sandro, Swiss, Shisha. Und dann dachte ich, schreibst du einfach mal dem Sandro. Vielleicht ist er ja so spontan. Und ich dem Sandro geschrieben, ey, wenn du jetzt rumkommst, wenn du jetzt losfährst, können wir die nächsten zwei Tage aufs Boot gehen, weil ich wollte nicht nur am nächsten Tag, sondern auch am übernächsten Tag Boot fahren gehen. Ah, okay. Und der Sandro einfach nur so, Bro. Und ich so, ja, ich weiß, es ist ein bisschen spontan, dies, das, aber ich dachte, vielleicht kannst du, zehn Minuten später hat er mir ein Screenshot von seinem Bahnticket geschickt, dass er irgendwie um, ich weiß gar nicht mehr, um fünf Uhr morgens losfährt oder sechs, sieben Uhr morgens, auf jeden Fall früh morgens losfährt und gegen Mittag da ist. Ja, habe ich am nächsten Mittag den Sandro abgeholt vom Frankfurter Hauptbahnhof und dann sind wir literally mit seinem Koffer im Kofferraum zum Wasser gefahren und sind direkt aufs Boot. Und holy fucking shit, der Sandro ist das krasseste Naturtalent, was Wakeboarden angeht, was ich, ich glaube, wir haben dieses Jahr zwanzigstes Jubiläum mit diesem Boot. Mhm. Also ich bringe seit über zwanzig Jahren Freunden, bekannten Wakeboarden bei. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der auch nur ansatzweise so schnell so gut auf einem Wakeboard fährt wie der Sandro. Ich habe die Storys gesehen, ich dachte, der hat das schon mal gemacht. Digga, also mein Papa und ich sagen heute noch, der hat uns einfach eiskalt angelogen, der ist eigentlich schon zehnmal in seinem Leben Wakeboard gefahren. Also er hat das wirklich noch nie gemacht? Er hat gesagt, er hat das noch nie gemacht und ich glaube ihm das auch, aber ich weiß auch, woher es kommt. Der Junge fährt viel Snowboard und vor allem auch Powder. Und Sandro sagt, Wakeboard fahren ist genau wie Tiefschnee fahren auf einem Snowboard. Das heißt, du siehst das immer, wenn du Leuten Wakeboarden beibringst und die kennen schon dieses Gefühl, mit beiden Füßen auf einem Brett zu stehen. Die erste Stufe ist, die sind irgendwann mal Skateboard gefahren. Haben so einen kleinen Vorteil. Nicht beim Starten, weil da liegst du einfach im Wasser, das bringt dir gar nichts. Aber wenn du rauskommen solltest, Skateboarden hilft, Longboarden hilft und was am meisten hilft, ist, wenn du Snowboarden kannst. Zum Beispiel habe ich auch extrem schnell Snowboarden gelernt, weil ich halt jahrelang schon Wakeboard gefahren bin. Gibt es dann immer so ein paar Sachen, auf die du dich einstellen musst. Bei einem Wakeboard wirst du vom Boot gezogen, bei einem Snowboard fährst du halt natürlich den Berg runter. So, es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Aber von diesem Gefühl, ich gebe jetzt mehr Gewicht auf meine Zehenspitzen, dann fahre ich zu meiner Gesichtsseite, ich gebe jetzt mehr Gewicht auf meine Hacken und fahre zu meiner Rückenseite. Und all diese Kleinigkeiten, wie belaste ich die Füße, wie ist überhaupt die Körperhaltung und so. Da hast du direkt gesehen, also beim ersten Start ist Sandro nicht hochgekommen, beim zweiten aber direkt, was auch extrem schnell ist. Also es gibt Leute, die brauchen 10, 20, 30 Startversuche, bis sie rauskommen. Ich weiß ja noch, wie Ali und ich aus dann, als wir an der Anlage waren. Das ist ja wieder ein bisschen was anderes, aber… Aber das ist ja nochmal eigentlich leichter, weil du ja nicht den Start aus dem Wasser hast. Da habe ich auch News. Ich war nochmal an einem anderen Tag mit Timo an der Anlage. Der war aber ein paar Tage vorher auch mit auf dem Boot, hat das auch sehr gut gemacht. Der fährt auch viel Longboard, der fährt auch viel Snowboard. Der ist beim ersten Start hochgekommen und ist relativ gut gefahren. Also für den ersten Tag, also ich würde sagen, Timo war der Zweitbeste, der jemals gefahren ist. Und dann war ich mit Timo an der Anlage zwei Tage später und er hat echt oft den Start verkackt. Und Timo sagt, er findet sein Boot einfacher. Krass. Ich bin der festen Überzeugung, Anlage ist tausendmal einfacher zu starten. Timo sieht es anders. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Personal-Preference-Ding. Aber so ist das. Und aber wirklich, also Sandro auf dem Wakeboard. Es gibt immer so, die erste Aufgabe, die du dann hast, ist, wenn du gerade ausfahren kannst, dann versuchst du mal ein bisschen innerhalb der Welle. Also das Boot wirft ja so v-förmig nach hinten eine fette Heckwelle. Also bei uns jetzt nicht so die fetteste, aber normal. Du hast eine Heckwelle. Du hast eine Heckwelle, v-förmig. Und das erste ist dann, du gibst mal ein bisschen Druck auf die Zehen und fährst Richtung Welle. Dann gibst du wieder Druck auf die Hacken und fährst wieder zu der anderen Welle. Und das machst du dann so ein bisschen, bis du dich komfortabel fühlst. Und dann ist die nächste Aufgabe, über die Heckwelle zu fahren. Erst über die Hacken, weil die Seite ist leichter. Das heißt, du gibst Druck auf deine Hacken, fährst auf die Welle zu und über die Welle drüber. Dann knockt es die meisten bei den ersten paar Versuchen aus, weil es schon komisch ist, weil es erst ein bisschen hochgeht. Und dann schlagartig runter und es gibt den Druck. Dann ziehen die meisten die Handel ran. Dann fehlt der Druck und dann weg. Ja. Und dann ist Feierabend. Das hat er gemacht. Krass. Dann ist er noch über die andere Welle gefahren. Und also wirklich Sandro auf dem Wakeboard. Fucking Naturtalent. Geisteskrank. Das war auch für uns zum Zugang. Ich bin nicht drauf klargekommen. Ich bin wirklich nicht drauf klargekommen. War Killer. Ja. Und dann sind wir am nächsten Tag. Hatte ich ein paar Leute aus der SWG Discord Community gefragt. Also die Hausherren, die dann auch noch am häufigsten so auf dem Discord chillen. Habe ich dann da ein paar gefragt. Und dann waren noch Anna war dabei. Nico war dabei. Und Phil war dabei. Und abends ist sogar noch Mo rumgekommen. Mhm. Und dann haben wir da so ein kleines Camp aufgebaut. Ein bisschen Pfeife geraucht. Hatten Klappstühle dabei. Das Boot war im Wasser. Immer ein paar Leute auf dem Boot. Und dann sind wir da noch ein bisschen Wakeboard gefahren. Das war auch nochmal ein sehr, sehr cooler Tag. Und dann musste Sandro leider schon los zum ICE-Bahnhof. Weil er dann noch auf dem Frauenfeld-Festival war in der Schweiz. Ach, der war auch noch auf dem Frauenfeld gewesen. Ja, ja. Der ist dann von hier heim. Eine Nacht pennen. Oder er war sogar noch am selben Abend. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war er noch auf dem Frauenfeld-Festival. Ja, das war ziemlich nice. Und ja, da hatten wir auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Tage auf dem Boot. So, ich würde sagen, noch eine Kleinigkeit. Ich habe noch meinen Kleiderschrank ausgelistet. Ja. Habe noch ein paar alte Klamotten dann zur Kleidersammelstelle gebracht. Und habe dabei tatsächlich mein Apple-Pencil wieder gefunden. Den habe ich ewig gesucht. Jetzt wusste ich, wo er war. Im Kleiderschrank. Im Kleiderschrank. Ja, also im Kleiderschrank war da noch ein alter Rucksack. Und dann dachte ich, gucke ich da nochmal rein, ob da noch was drin ist. Und dann lag da der Apple-Pencil drin. Ja, gut. Super dumm. Aber so ist es. Gut. Soviel auf jeden Fall für den sehr kurzen Part an Real Life heute. Sehr kurz, ja. 1.15 haben wir schon. Aber wir haben noch ein paar News. Und eins davon haben wir ja schon angesprochen. Ja, einige Sachen haben wir sogar schon angesprochen, die wir jetzt nochmal ein bisschen ausführen wollen. Und zwar, ich glaube, das krasseste oder das, worauf wir beide uns auf jeden Fall am meisten gefreut haben in der letzten Zeit. Oh ja. war der Release von Blackburn oder von Burn Tobacco in Deutschland. Es gibt jetzt 22 Sorten Burn. Also sehr, sehr viele gute Sorten auch. Da kann man gleich mal drauf eingehen, was unsere Favoriten sind. in 100 Gramm Dosen für 16,90 Euro ist natürlich teuer. Aber ich bin froh, dass es überhaupt in Deutschland ist. Muss ich ehrlich sagen. Ja, sag ich genauso. Ich bin happy, dass es überhaupt da ist, dass man jetzt Sorten wie Pineapple Stock und so weiter einfach hier in Deutschland kaufen kann. Ganz einfacher Vergleich. Wenn du den aus Russland haben willst, ein Flugticket und Co. bis du dann in Russland warst, dir den einkaufen konntest, dir dann deine 250 Gramm mit heimgebracht hast oder nachverzollt hast, bist du teurer. Also wenn du Blackburn willst, ist das jetzt die beste, günstigste Option. Ist natürlich schade, dass es so teuer ist. Aber wenn man ihn mal probieren will, dann ist er jetzt wenigstens da. Ja, und habe ich natürlich auch zugeschlagen. Ich bin zu Hause angekommen nach dem Urlaub. Das war das erste Paket, was ich aufgemacht habe. Da lag die Deckbürenpackung. Bin ich hingerannt, aufgemacht und habe mich erst mal richtig gefreut. Du musst mir gerade so eine dramatische Szene vorstellen, wie der Alex so seinen Koffer aus dem Auto wegschmeißt, seine Freundin zur Seite schubst, auf die Tür zusprintet, direkt dieses Paket nimmt und aufreißt. So war das, oder? Ja, genau so. Du musst dir wirklich vorstellen, wir sind angekommen, mein Mann hat uns vom Flughafen abgeholt, sind ins Haus rein, kurz Koffer reingestellt und ich erst mal direkt zum Paketen das Burn-Paket rausgesucht. Weil ich habe noch ein paar Pakets da, die ich auch noch aufmachen muss. Burn-Paket war auf jeden Fall erst mal, musste aufgemacht werden. Priorität Nummer eins. Ich habe auch direkt zwei Sorten mitgenommen, weil ich bin ja totaler Fan von dem Pineapple-Shock. Das Ganze ist Ananas. Finde ich eine der besten Sorten von Burn. Schuck-Anans. Genau, Schuck-Anans. Finde ich eine der besten Sorten von Burn, die ich bis dahin probiert hatte. Und muss sagen, ich habe jetzt schon relativ viel probiert, ist auch immer noch so mit mein Favorit, muss ich sagen. Also benutze ich, glaube ich, mit am liebsten. Ist auch schon relativ leer die Dose, leider. Ja, und habe mir davon erst mal ein Köpfchen gebaut. Ansonsten muss ich sagen, Kiwi-Stoner bin ich totaler Fan von. Ich muss noch kurz zu dem Schuck-Anans sagen. Ja. Du hast gesagt, der ist so geil. Kassel hat gesagt, der ist so geil. Ich finde den gar nicht so krass. Nee? Nee. Also der ist gut, ja. Aber der ist für mich so eine 6,5 oder eine 7 von 10. Ach krass. Den kann man mal rauchen, der ist in Ordnung. Aber ihr habt den alle so gehypt und ich dachte, geil, jetzt eine 10 von 10 Ananas-Tabak-Sorte hier am Start. Ist für mich auch so. Also ich bin totaler Fan davon. Aber zum Beispiel, da kann ich auch direkt weiterführen. Ich persönlich habe mir auf Empfehlung von Yannick den Trooper-Craper geholt. Der hypt den hier auch so total, dass der richtig geil ist. Der für dich auch Killer. Nee, das ist für mich so eine 6 von 10. Die kannst du mal untermischen. Aber es ist halt okay. Das war's dann auch. Krass. Bei denen finde ich wirklich sehr geil. Nee, das ist halt wieder so... Willst du... Ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß ja nicht, wie viel Chooper-Graper du noch hast. Aber meine Schock-Ananas ist noch relativ voll. Sagen wir es so, mein Bruder ist Fan von Schock-Graper. Ah, okay, okay. Ich hätte dir gerade einen Tausch angeboten. Da hättest du noch eine Dose Schock-Ananas gehabt, aber... Tut mir leid. Was heißt, es tut dir leid. Ist ja doof gelaufen. Ja. Ja. Bei mir... Ich würde sagen, meine Lieblingssorten sind tatsächlich Chooper-Graper, Kiwi-Stoner und der Strawberry-Jam. Mhm. Oh, nee. Einen habe ich vergessen. Und zwar eine krasse Überraschung. Den habe ich mir einfach mal mitbestellt, weil ich den mal testen wollte. Green Tea. Der hast du bei mir schon mal probiert gehabt. Von Blackburn? Ja. Ah, da wusste ich das nicht mehr. Mhm. Aber den finde ich killer. Davon habe ich auch noch was drauf. Der ist super geile Unternoten. Mega. Also ich feiere den Tabak so sehr. Den mit Traube-Minze. Hammer. Chooper-Graper mit einem normalen Traube. Hammer. Chooper-Graper, Blarry. Hammer. Kiwi-Stoner, Kiwi-Smoothie, Kiwi-Stoner, Blarry, Kiwi-Stoner und Traube. Hammer. Der Kiwi-Stoner bin ich auch. Den hatte ich davon noch gar nicht probiert gehabt. Ich bin halt Kiwi-Fan und ich finde den echt super lecker. Das ist eine schöne Abwechslung zu den Kiwis, die wir in Deutschland ... Der hat so eine ganz eigene, saure Note. Genau. Die ist wirklich geil. Den feiere ich auch extrem. Ansonsten müsste ich sogar mal überlegen. Strawberry Jam ist auch so eine Sorte, die ich sehr, sehr gerne wieder rauche. Cranberry-Shock. Finde ich auch sehr, sehr geil. Wirklich so richtig schön sauer. Kannst du super gut untermischen. Den muss ich mal testen. Den kenne ich noch nicht. Den benutze ich auch sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Wild. Und ich habe gehört, dass der Holinda-Blüte ... Was weiß ich? Das war noch irgendwas. Holinda-Blüte noch was? Der Elderberry-Shock oder wie? Elderberry-Shock, ja. Der soll auch richtig gut sein. Den habe ich daheim. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon geraucht habe. Weiß ich gerade nicht. Der soll auch sehr, sehr gut sein. Ich habe mir den am Anfang nicht bestellt, weil der mir doch sehr ausgefallen rüberkommt. Ich wollte erstmal Sorten probieren, wo ich sage, okay, es gibt 22 Sorten. Ich bestelle mir erstmal welche, wo ich weiß, die mag ich nicht. Die werden wahrscheinlich geil sein, ja. Nachvollziehbar. Bei dir steht demnächst noch ein Event an. Genau. Von dem ich noch gar nichts wusste. Ach, davon wusstest du noch gar nichts? Nee, ich habe das eben zum ersten Mal gehört. Ach krass. Ja, am 30. ist bei Shisha World in Landsberg unten Summer Smoke. Also auch wieder so ein kleines Event. Da unten ist ja, in Landsberg ist einmal das Headquarter von Shisha World plus halt der Landsberger Shop. Und da vorne haben die einen Hof und da bauen die dann auch ein bisschen hier Pavillon auf. Geil. Kannste rauchen. Das Ganze wird gesponsert von natürlich Shisha World. Echt? Shisha Kartell, Alfacher und Hooker Squeeze. Okay, cool. Also kannst die drei Sachen auf jeden Fall alle kostenlos rauchen dort. Kostenlos probieren oder kostenlos rauchen? Kostenlos rauchen. Also die wollen... Du kannst dir ja den Tabak da, du kannst deinen eigenen Kopf an dem Stand bauen. Okay, das ist geil. Die wollen das Ganze so machen, dass die da den Stand, also soweit ich das jetzt von der Planung weiß, dass die da den Stand aufbauen, wo du dann hinkommen kannst, nimmst deinen Kopf mit und sagst du, ich hätte gerne einen sexy Schieber zusammen mit Doppelapfel, was weiß ich, und ein bisschen squeeze drüber. Geil. Das ist mega. Ja, und dann kannst du das machen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist ultra geil. Und auch wieder das gleiche Ding. Das ist einfach Tasting in besser. Ja, genau. Ja. Kostet zwar Eintritt, 15 Euro, das Ganze wird ausgeglichen dadurch, dass du 10 Euro Gutschein für Foodtruck hast und 5 Euro Shop-Gutschein. Ja, also... Also sagen wir mal, du willst trotzdem nichts kaufen, dann hast du den Fünfer verbrannt, aber mit dem 10er für den Foodtruck 5 Euro Eintritt, das gibt wahrscheinlich Kohle, Wasser und wenn du dann auch Tabak ohne Ende kriegst, kannst du gar nichts sagen. Ich finde halt 5 Euro Shop-Gutschein, ganz ehrlich, dann hole ich mir halt ein paar Kopfdichtungen, die du eh brauchst. Also ich würde das nicht verbrennen lassen, aber einfach ein paar Kopfdichtungen. Ist halt die Frage, ob es bei den 5 Euro dann ein Mindestbestellwert oder sowas gibt. Das weiß ich halt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du hast wirklich einfach 5 Euro Gutschein und das wird dann wahrscheinlich der Gedanke gewesen sein, für 5 Euro kaufen die Leute eh mehr, dann legen die halt noch was drauf. Das ist natürlich cool für Shisha-Wald, weil ich denke mal, das ist auch ein sehr großer Aufwand, das Ganze zu organisieren, auch von Kosten her. Ich denke mal, das wird 0 auf 0 auch rausgehen. Ja. Aber finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Und da hat mich Shisha-Wald gefragt, der Salgon hat mir geschrieben, hier, wie sieht's aus? Dadurch, dass ich eh relativ viel mit Max mache, hab ich gesagt, ja komm, geh ich hin. Also bei Shisha-Wald würde ich mir auch überlegen, vielleicht auf Summers Road zu fahren. Ja, sag mir Bescheid, weil ich habe gestern Morgen gefragt. Wir würden dann vielleicht zusammen hin. Ah geil. Ja, ich überleg's mir mal. Weil, muss ich vielleicht was anteasern? Ich wollte es heute eigentlich noch gar nicht mit reinpacken. Aber ich habe ja bald Geburtstag, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock auf Geburtstag. Also ich will nicht, dass dann irgendwie Leute rumkommen. Und ich habe einfach keine Lust auf Geburtstag. Long story short. Hey, ich dachte, das ist Partyhard bei dir. Halt einmal. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Sei froh, dass die Kamera läuft. Also, ich habe keine Lust auf Geburtstagen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich über meinen Geburtstag einfach wegfliege. Ich wollte aber nicht einfach nur nix machen. Und bin deswegen gerade so am überlegen, eine Freundin von mir hätte auch Bock, dass wir eine Woche nach Ägypten fliegen und einen Tauchschein machen. Ach krass. Ja. Ich wollte eh mal mehr so Sachen ausprobieren, ein paar Sachen machen. Ja, Ägypten ist super geil zum Tauchen. Richtig, normal wird Ägypten für mich gar nicht in Frage kommen. Aber es ist nah. Es ist ein super geiles Tauch, eine super geile Tauchregion. Wurde mir auch jetzt von vielen Tauchern für als sehr gut zum Lernen von Tauchen empfohlen. Und ja, das formt sich gerade noch so ein bisschen. Deswegen wollte ich es noch nicht erzählen, weil es definitiv noch nicht in sicheren Tüchern ist oder in trockenen Tüchern. Aber das wäre gerade so der Plan. Und wenn das stattfindet, weiß ich nicht, ob ich am 30. vorher noch dahin fliege, äh fahre. Fliegen nach Landshut. Ja, vor allem wir hätten wahrscheinlich das Wochenende gemacht. Ich hätte gesagt, dass wir am 29. Junge runterfahren. Oh, man könnte dann noch ans Cable gehen. Und was? Das Cable. Wir waren noch in Wakeboarden. Ach stimmt, das war ja da unten. Ja, das war doch Landshut. Und das war Killer, das Cable. Ja, Landshut ist was anderes als Landsberg. Ich weiß nicht, wie war das. Ach so. Landsberg ist was anderes. Ja, aber Shisha World ist ja nicht so weit davon weg. Also dann fährst du vielleicht ein Stündchen oder so. Ja. Ist besser als vier Stunden von hier. Das stimmt. Ja. Oh, mit Mo ein bisschen Wakeboarden? Oh, wäre schon geil. Okay, also das halten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Einen Tag vorher hin, Wakeboarden, dann zum Event, abends durchballern, heim. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann zwei Nächte machen oder einen. Also wenn ich fahren würde, würde ich eine machen. Aber können wir mal planen. Also ich habe Mo gestern gefragt, weil wir haben gestern Mo zufällig immer mehrere getroffen. Ja. Und weil ich da auch jemanden gesucht habe, weil ich nicht unbedingt alleine fahren möchte. Ja. Verständlich. Dann wäre das okay. Mo hätte auch Lust und Zeit. Ja. Speaking of Shisha World. Ja. Shisha World kümmert sich ja auch um Shishaya. Ja. Und Shishaya hat den Hyphen Badge 8 rausgepackt. Äh, genau. Wenn ihr die Folge hört, ist der Badge schon draußen. Ähm. Aber mittlerweile sind die ja zum Glück nicht innerhalb von 10 Sekunden vergriffen. Also man merkt, so langsam ist so eine gewisse Marktsättigung da. Ja. Ähm. Badge 8, ganz kurz. Ich habe gestern mal bekommen, Depot ist wie gewohnt top. Es hat sich nicht viel verändert in meinen Augen zu den vorigen Badges. Ich würde sagen, ab Badge 6 oder 5 waren die sehr, sehr stabil, was die Kontinuität angeht. Mhm. Äh, was ein bisschen verändert wurde, war der Schaff, finde ich. Der ist wieder ein bisschen massiver geworden, was ich gut finde. Finde ich auch gut. Ähm. Und ich habe einen erwischt mit sehr, sehr schöner Klausur. Nice. Also da hatte ich echt Glück gehabt. Ja. Ja. Genau. Also da, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei Shishaya World, glaube ich, Exclusive gibt's die. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und mit Code Directly kriegt ihr auch noch ein Geschenk on top. Ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, keinen... Ich habe nur den Code bei Shishaya World für den AO. Ah, okay. Ja. Ja. Aber Code Directly könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja. Und speaking of Codes für HMD, es ist noch der Elia HMD rausgekommen. Und, ähm, kostet 35 Euro. Ja. Also bisschen, nee, 30 Euro. 35? 35, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Müssen wir kurz nachgucken. Auf jeden Fall ist der Elia HMD rausgekommen. Der ist, äh, den gibt's bei den Barco Boys. Und, äh, ist ein Alu-HMD. Ja. Ohne Noppen. Und da war ich erst mal sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Weil ich dachte so, hm, weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt den, äh, wir haben ja jetzt den Onmo. Und der Onmo ist, äh, warte mal, Elia. Ich bin Multitask. Ich war sehr, sehr, ähm, gespannter drauf, was du denn dazu sagst. Weil du bist ja auch eher Team Alu. Ja. Ich meine, ich hab den auch getestet und fand den für Alu, äh, nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch mal eher zum Onmo greifen momentan. Ja. Aber ich glaub, das ist auch in gewisser Art und Weise einfach nur Geschmackssache. Weil ich muss sagen, würdest du mir jetzt zwei Köpfe bauen? Einmal mit Elia, einmal mit Onmo. Ich weiß nicht, ob ich die blind erkennen würde. Also, für Köpfe auf denen, also erstmal, overall wäre der Onmo mein Favorit von beiden. Aber es gibt Köpfe auf denen der Elia auch sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem dafür, dass er eben keine Noppen hat. Kostet übrigens 28 Euro. Und bei Baku gibt's noch den Code SWG 10. Das heißt, du kriegst dann nochmal 2,80 Euro weg. Also, unterm Strich bist du fast beim Preis vom Onmo. Beim Onmo kannst du aber bei den 25 Euro dann noch den Code SWG HMD benutzen. Dann kriegst du noch die Bürste dazu. Die kostet normal 6 Euro. Ist halt immer die Frage, wie man's rechnet. Aber unterm Strich sind sie halbwegs ähnlich vom Preis, würde ich sagen. Es gibt Köpfe, auf denen der Elia sehr geil performt. Der Onmo ist overall die bessere Wahl meiner Meinung nach. Aber bei Köpfen, wo die Noppen teilweise kontraproduktiv sind, das ist sehr selten der Fall. Aber es gibt halt Köpfe vor allem mit einem sehr flachen Depot. Kann das schon ganz geil sein, dass dein HMD dann flach ist. Und da ist der Elia wiederum sehr geil. Ich hab mir jetzt auch ein paar bestellt. Ich werd den auch ab und zu benutzen. Also für mich hat der auf jeden Fall einen Einsatzzweck. Overall würde ich aber sagen ... Also ich kenn ja die Barco-Jungs schon ein bisschen länger. Und der Elia war schon deutlich länger in der Planung. Wär der vor dem Onmo rausgekommen, wär das natürlich absolut Killer. Dann hätten wir ein Alu-HMD für 28 Euro gehabt. Dass den Jungs da Onmo ein kleines bisschen zuvor gekommen ist, ist natürlich Zeit-Release-technisch für die Jungs ein bisschen doof gelaufen. Aber trotzdem, ich war sehr positiv überrascht. Ich hätte gedacht, der Onmo macht den komplett fertig. Ich war sehr, sehr skeptisch. Die Jungs waren auch so, ja, können wir ein Placement bei dir buchen? Und ich war so, hm, muss ich erst mal gucken. Schickt mir gerne mal ein. Ich guck mir den gerne mal an. Ich teste den mal. Aber ich glaub, der wird keine Chance gegen Onmo haben. War aber nicht so. Wie gesagt, also ich war auch sehr, sehr skeptisch am Anfang. Weil ich ja gedacht, Onmo mit Noppen preislich. Ich guck's mir mal an. Aber wie gesagt, ich hab auch eine Story zugemacht. Einfach nur, weil ich persönlich, das ist halt mein persönliches Rauchen. Das hab ich auch dazu gesagt. Ich rauch halt eh auf Vollkontakt. Und wie gesagt, ich würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken, welchen von beiden HMDs ich gerade benutze. Deswegen finde ich, ist das... Ich glaub schon ein bisschen. Ja? Ja. Also ich... Also wenn du mir den Kopf sagen würdest dazu, und wie hoch du gebaut hast... Ja, dann vielleicht, ja. Dann schon. Dann könnte man drüber reden, ja. Aber wenn ich nicht wüsste, welcher Kopf das ist, und wie hoch der Tabak ist, dann könnte halt auch die Bauweise wieder das so beeinflussen, dass die schon sehr ähnlich sind. Ja. Also schwierig. Also ich glaub, also wenn... Dadurch, dass wir beide schon... Ich persönlich sagen würde, ich fänd's mindestens schwer, wenn nicht nachzuvollziehen, wird's für die meisten keinen großen Unterschied machen. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch ein cooles Produkt. Ähm, ja, Form und so weiter gefällt mir auch ganz gut. Deswegen... Ja, ist halt auch ein Ding. Er hat halt schon eine sehr unterschiedliche Optik zum Onno. Und von daher vielleicht auch rein optisch für manche Leute schon. eher der Elia als der Onno. Genau. Weil beide eine sehr prägnante Form haben, ein sehr prägnantes Design haben. Ja. Der Elia hat zum Beispiel obendrauf noch diese polierte Fläche und unten noch so einen polierten Rand. Das kann in manchen Kombinationen doch schon deutlich geiler aussehen als der Onno. Wobei ich auch da overall sagen müsste, wäre der Onno eher meine Wahl. Ja. Aber es ist halt Geschmackssache am Ende. Ja. Das definitiv. Also auf jeden Fall ein Produkt, was nicht einfach, was nicht verloren geht. Overall würde ich sagen. Genau. Ansonsten, ich habe mir ja noch einen neuen Tabber hier gebaut, der jetzt auch neu rausgekommen ist. Schon zwei sogar, ja. Du hast sogar zwei neue Sorten drin. Ja. Und Burn. Ja, und Burn. Also hast du für Shisha-Cast mäßig... Und Squeez eigentlich noch. Und Squeez eigentlich noch. Ja. Perfekter Shisha-Cast. Perfekt. Nee, und zwar habe ich mir zum einen natürlich den Place, Place Nana gebaut. Das Ganze ist eine Traube Place auf Darkplant Basis. Wir haben den in Sevilla schon probiert und ich war sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass... Entschuldigung. Ich habe meine Mate umgeschmissen. Dass der jetzt bald rauskommt, weil wir haben den beide ja auch schon, oder ich auf jeden Fall, in Berlin getestet, als die ersten Prototypen davon am Start waren. Ich trinke jetzt Schaum-Mate. Schaum-Mate. Als die beiden Prototypen am Start waren, da gab es einmal einen Prototypen Traumminze und einmal einen Prototypen Traube. Ähm, da war ich noch sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber die haben da echt eine sehr, sehr geile Sorte rausgebrochen. In Sevilla lief der ja eigentlich durchgegangen. Also unsere Standardmische in Sevilla war ja eigentlich Place Nana zusammen mit Space Flavor. Aber man muss dazu sagen, dass wir in Sevilla noch einen Prototyp hatten. Ja. Und die werden halt per Hand angemischt. Und das gibt einen ganz anderen Schnitt, eine ganz andere Feuchtigkeit. Das, was komplett unterschiedlich ist. Und jetzt haben wir wirklich das finale Produkt da. Und ich finde, der ist auch sehr geil geworden. Ich habe ihn schon im Stream getestet, aber ich finde, Blaze Nana ist der schlechteste Name, den man für diesen Tabak hätte wählen sollen. Ja. Folgender Name hätte zu diesem Tabak gepasst. Black Grape Candy. Ja. Ja. So müsste der heißen. Weil, falls ihr zum Beispiel schwarze Traube vom Welpen kennt, die ist immer sehr süß, sehr intensiv, süßigkeitenmäßig und genau so ist auch dieser Tabak. Aber, Nana ist zum Beispiel komplett für den Arsch. Da ist keine Minze drin. Ja. Das ist ein schwarzer Traube. Genau. Aber kein Traube Minze auf Dark Blend. Das ist was anderes. Ja. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, für mich ist es einfach der, für mich persönlich ist es natürlich wieder Geschmackssache, der leckerere Schuppa Graper. Mhm. Ich finde, die sind komplett unterschiedlich, weil der ist mit Süße vollgeballert bis zum Gehtnichtmehr. Und der Schuppa Graper hat halt wie bei dem Kiwi-Stoner diese sehr saure Note. Ich finde aber den Schuppa Graper trotzdem extrem süß, muss ich sagen. Findest du sehr süß? Ich finde, die säure Note drückt das halt total. Ich finde aber, der hat so für mich persönlich einen Beigeschmack, den ich einfach nicht mag, der Schuppa Graper. Also ich finde, der Schuppa Graper hat ansatzweise dieselben Noten wie der Blaze Nana, nur dass er eben diese krasse Säurenote mit drin hat. Und dadurch, dass die Säure die Süße nicht kontert beim Blaze Nana, fehlt das halt komplett. Und deswegen ist der einfach nur eine Süßigkeitenbombe für mich. Also schwarze Traubensüßigkeit, um präzise zu sein. Aber trotzdem ein sehr geiles Ding. Also ich sehe den in Mischungen bei mir sehr, sehr oft am Start. Auf jeden Fall. Blaze muss man natürlich noch dazu sagen, relativ stark. Also stärker als Must-Have, Darkseid und Co. Aber angenehmer zu rauchen. Ja, der zickt nicht so leicht rum wie Must-Have beim schlechten Kaufbau. Genau. Sollen wir das Must-Have-Thema noch kurz ansprechen? Kann man das schon ansprechen? Also ich habe folgende Infos. Ich sage das jetzt einfach. Okay. Ich habe folgende Infos. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, dass er mit einem Shop geschrieben hat und gefragt hat, wann wieder Must-Have kommt. Und dann hat dieser Shop gesagt, gar nicht mehr. Und dann hat der mir einen Tag später noch einen Screenshot von einem anderen Shop, der übrigens sehr viele russische Sachen hat und sich damit auskennen sollte, ohne jetzt Namen zu nennen. Und der hat ebenfalls bestätigt, dass Must-Have nicht mehr auf dem deutschen Markt sein wird. Das ist... Also für mich persönlich ist das einer der schlimmsten Verluste, die wir auf dem deutschen Tabakmarkt hätten haben können. Same. Zu 100 Prozent. Weil ich... Ultramelassend. So viel Ki-Smooth und Pink... Allein Blurry-Smoothie und Kiwi-Smoothie sind schon zwei essenzielle Tabak-Sorten in meinem täglichen Konsum. Ja. Zu 100 Prozent. Also es vergehen wirklich wenig Tage, wo nicht mal eine Mischung dann mit Blurry- oder Kiwi-Smoothie am Start ist. Das ist mir auch letztens aufgefallen, was bei der Mixing-Session ist so oft Must-Have mit drin, was mir natürlich auch für manche Leute leidtut, die sagen, ich rauche keinen Darkpland. Aber es ist halt meine persönliche... Ich halte eine Mixing-Session vor. Ja, genau. Aber wie oft ich einfach Must-Have damit reinmische, egal welche Sau, ob es das Pinkman, Qui-Smoothie, Strollage ist und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Also ich werde mir da auf jeden Fall noch mal einiges an Vorrat kaufen, was man halt noch findet, weil man muss natürlich auch dazu sagen, Must-Have ist momentan... Das sind jetzt die letzten Sachen, die online sind. Und die sind jetzt schon sehr, sehr ausgewählt und ausverkauft. Zum Beispiel Blurry wird ein schwieriges Ding. Ja. Ich hatte mir 20 Dosen Blurry bestellt. Ja. Also es ist schon ein bisschen her. Achso, okay. Ich habe wahrscheinlich schon drei, vier weg oder so. Und ich hatte mir noch zum alten Banderolenpreis 10 Dosen Kiwi-Smoothie bestellt. Und jetzt halt der perfekte Vergleich, weil ich habe mir gestern im Stream, haben wir eine Seite gefunden, die noch Kiwi-Smoothie hatte, habe ich mir noch mal 10 Dosen Kiwi-Smoothie geholt, aber mit dem neuen Banderolenpreis. Und das heißt, ich habe schon mit den 10 Dosen, die ich mir vorher gekauft habe, einfach einen Fuffi gespart. Ja. Weil die 10 Dosen jetzt waren 269 Euro und die 10 Dosen damals waren 219 Euro. Ja. Hätte ich mal damals noch mehr gekauft, Digga. Ich habe mir auch noch für den alten Banderolenpreis 10 Dosen Pinkman und 10 Dosen Kiwi-Smoothie bestellt. Ja. Einfach nur, weil ich den alten Banderolenpreis noch haben wollte. Und ich bin eigentlich, ich kaufe natürlich immer ein bisschen auf Vorrat, aber meistens so bei Flavoren wie Kiwi-Smoothie oder sowas 5 Dosen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gebe jetzt kaum wie viel Geld aus. Ja. Ich bin echt am überlegen, ob ich noch mehr Kiwi-Smoothie hole. Ich auch. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass ich noch mal 10 Dosen pro Sorte auf jeden Fall bestellen werde. Naja, aber auch 10 Dosen, wenn ich überlege. Also ich glaube, ich kriege schon von jeder Sorte so 2 Dosen im Monat weg. Das heißt, selbst mein 20 Dosen Blurry-Vorrat sind halt 10 Monate. Schwierig. Also ich meine, das muss natürlich nicht heißen, dass Must-Have jetzt nie wiederkommt. Vielleicht brauchen die auch einfach ein bisschen Zeit und probieren es dann irgendwann nochmal, weil es gibt ja auch kleine Dosen Must-Have in Russland. Deswegen war ich auch eigentlich fest davon überzeugt, dass Must-Have mitziehen wird in Richtung... Ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht, bis mir da die Screenshots geschickt wurden. Nee, überhaupt nicht. Deswegen. Ich habe die Info vor zwei Wochen bekommen. Ja. Wo ich dann gedacht, okay, ich hoffe, das ist nicht hundertprozentig fest. Vielleicht ändert sich da noch irgendwas. Weil... Habe ich sonst noch nirgendwo gehört. Deswegen erstmal abgewartet. Aber jetzt ist halt schon... Das sieht wohl leider so aus, ja. Als ob Must-Have erstmal auf unbestimmte Zeiten nicht mehr auf dem deutschen Markt wäre. Ja. Leider. Das ist natürlich sehr, sehr belastend. Leider. Okay. Aber kommen wir wieder zu schöneren Themen. Wir haben noch zwei andere neue Tabaksorten, die wir uns jetzt auch beide mit reingemischt haben. Zwar noch nicht pur geraucht haben, aber mit reingemischt haben. Genau. Und zwar sind das zwei neue Sorten von Aino. Einmal der Massia oder Massia, weiß ich nicht. Das ist ein Früchtemix. Den habe ich mit in meinem Köpfchen. Da kann ich einfach sagen, wer African Queen mag, der wird auch den mögen. Ja. Zu 100 Prozent. Ist einfach so. Also das ist wirklich unglaublich nah an African Queen dran. Ja, ich habe Köpfe gebaut, habe die Dose aufgemacht. Und meine ersten Worten waren, okay, Marv, du kriegst auf jeden Fall den Massia zum testen, weil ich mag keinen African Queen. Ja. Und du hast dir aber den anderen gebaut. Genau. Den Tang. 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 sowas in die Richtung rauchen möchte, ist bei mir eigentlich nur noch der Team Orange von Must-Have. Jetzt natürlich ein schlechtes Thema, aber eigentlich, wenn ich wirklich was in der Aromatik rauche, dann lieber das. Genau. Und es sind noch neue Sorten von Loyal rausgekommen? Genau. Drei Sorten. Einmal der Lemmy, das ist Zitrone-Minze. Finde ich so ein Hybrid aus klassischer Zitrone-Minze und moderner Zitrone-Minze. Ich bin kein Zitrone-Fan. Bin ich mal sehr gespannt, weil ich liebe ja den Fog-Your-Life-Zitrone-Minze, weil halt auch richtige Minze und Zitrullin drin sein kann, was ja alles durch TPD-2 verboten wurde. Ob der da eine Chance gegen hat, weiß ich nicht. Ist nicht mein Thema, aber dann gibt es noch den Green K. Das Ganze ist Kaktus-Honig-Melone- Beerenmix und ein Hauch von Eis. Ja, da kommt es für mich drauf an, wie viel Honig-Melone dabei ist, aber klingt interessant. Also Hauptnote ist Kaktus, würde ich sagen. Honig-Melone bin ich jetzt nicht der Riesen-Fan von, deswegen wird es eher eine Sorte sein, die ich nun wieder mal ein bisschen mit reinmische. Muss man schon mögen, muss ich sagen. Aber meine Total-Uberraschung war der Mawama. Das Ganze ist Mango-Maracuja mit Vanille. Geht so ein bisschen... Oh, es hat so schön angefangen, Alex. Nee, aber wirklich ohne Spaß. Ich war ja kein Exotic-Freund bis Sexy Schieber. Ja. Ich liebe diese Sorte. Du bist eigentlich immer noch kein Exotic-Freund, du magst nur Sexy Schieber. Aber ich liebe diese Sorte. Okay. Weil das so dieses... Es ist ein sehr süßer Mango-Maracuja-Mix. Ja. Mit dieser Vanillenote dieses leicht cremige Abrunden, was aber nicht zu sehr in das Cremige reingeht. Also ich... Also ich denke mal, das ist so eine Top-of-Flops-Sorte für jeden. Aber mich hat die total abgeholt. Okay. Also ich hätte die Sorte wahrscheinlich sicher mit dem Arsch angeguckt, wenn du jetzt nichts sagen würdest. Der ist geil. Aber jetzt bin ich gespannt. Nee, ich habe den getestet und war auch erst mal so, was will ich damit, den werde ich niemals rauchen. Aber ich fand den echt richtig gut. Bin ich gespannt. Was bei Loyal halt das Ding ist, was ich cool finde, neuer Bandarolenpreis 19,90 Euro. Das ist halt wirklich... Ja, das ist krass. Ja, also unter 20 Euro. Ist vielleicht sogar einer der günstigsten, die es so gibt, ne? Ja. Ich glaube, Tabu ist noch relativ billig. Tabu? Es ist halt auch momentan schwer. Also 19,90 Euro für 200 Gramm. Ja. Muss man halt immer dazugucken. Es gibt natürlich noch welche unter 20 Euro. Ja, zum Beispiel Blaze kostet auch 19,90 Euro. Aber es sind 180 Gramm. Genau, da musst du halt mal gucken. Wobei es da auch noch alte Dosen gibt. Also guckt da einfach genau drauf, wenn ihr euch das... Hat, glaube ich, sogar gestern noch Blaze gepostet. Okay. Dass es im Online-Shop noch alte Bandarolen gibt. Ja. Na, da muss man auf jeden Fall immer gucken. Genau. Aber ist natürlich immer so die Sache, wie viel Inhalt hast du für welchen Preis? Genau. Da sind halt 200 Gramm, 19,90. Finde ich schon sehr, sehr stark. Ja. Und ja, genau. Aber Mawama geht auf jeden Fall Empfehlung an dich raus. Soll es mal testen. Ja. Und bei dem Preis kann man sich echt nicht beschweren. Genau. Ansonsten was... Wo man sich auch nicht beschweren kann. Um wieder eine schöne Überleitung zu bauen. Wunderbar. Heute, wenn der Cast rauskommt. Also wir schätzen, wir nehmen den gerade freitags auf und wir denken, dass der nächsten Freitag rauskommt. Das hat sich natürlich wieder ein kleines bisschen verzögert. Der Alex hat Corona, da können wir natürlich keinen Shisha-Cast aufnehmen. Sollte Sinn machen. Aber wenn ihr den Podcast jetzt relativ früh hört, könntet ihr nochmal bei Mose reingucken. Da gibt es nämlich einen Caesar-Bowl-Sale. Und auf Caesar-Bowls gibt es jetzt nicht so oft guten Rabatt. Also klar, man kriegt meistens die 10% über Influencer-Codes. Aber da gibt es gerade 20% Rabatt. Und man kann auch noch die Codes benutzen. Das ist Directly. Directly, ja. Directly. Oder SWG. Müsst ihr euch wieder absprechen. Guckt auf die Hörer- oder Zuschauerzahl. Und bei Gerade nehmt ihr meinen Code. Bei Ungerade nehmt ihr Alex seinen Code. Genau. Also falls ihr überhaupt was wollt. Aber da könnt ihr, falls ihr gerade auf der Suche seid, Mose hat eine extrem große Auswahl an Caesar-Bowls. Und was ich immer noch unglaublich geil finde im Mose-Online-Shop ist, dass sie die Kategorien Caesar-Bowls haben, aber dann noch die Unterkategorien Groß und Klein. Ja. Und das haben so viele Shops nicht. Und so viele Leute schreiben mir, brauche ich ne große oder brauche ich ne kleine Bowl? Beziehungsweise ist das ne große oder ist das ne kleine Bowl? Bei Mose einfach auf Kategorie, ich glaube es heißt Large und Mini. Mini ist für kleine Pfeifen, so roundabout unter 40 cm und Large für drüber. Und da könnt ihr euch mal durchgucken, die haben extrem viele und ich hab mir heute auch eine bestellt. Ja? Ja. Was hast du bestellt? Ich hab's mir aufgeschrieben, weil ich den Namen noch nicht drin hab. Die Ark Horfrost Up Türkis. Okay, also Türkis weiß ich, dass die Colorbase geisteskrass sind. Wunderschön. Also ich liebe diesen Türkis Look. Aber mit dem, also Horfrost kann ich auch was mit anfangen, aber Ark. Das ist diese, wie soll ich sagen, die läuft so ein bisschen spitzer, weißt du? Ja. Ja. Und die hab ich gesehen und ich war so, holy fucking shit, hold my beer. Hab mir die 20% gegönnt, hab noch selbst den Code SWG mit reingeschwitzt. Ey, 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 wenn ich da bestelle, warum soll ich denn nicht selbst meinen Code benutzen? Also es wäre ja dumm. Wie, du hast nicht Code directly benutzt? Sorry. 10% Provision wollte ich mir dann selbst gönnen. Das ist Cashback. Ja. Ja, so ungefähr. Nee, aber 20% auf Caesarbolt ist geisteskrank. Also 150 Bolt, 30 Euro sparen. Also es gibt, hin und wieder hab ich schon mal gesehen, dass die noch günstiger waren, aber niemals bei dieser Auswahl. Niemals bei dieser Auswahl. Das muss man ja dazu sagen, Mose hat extrem viele Mose-Exklusiv-Gläsern. Ja. Ich glaube sogar, die größte Sammlung an Exklusiv-Gläsern würde ich jetzt behaupten. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Und da sind halt auch extrem viele Schöne dabei. Also allein die Fan-Card-Reihe bin ich ja persönlich absoluter Fan von, weil es mal eine andere Form ist. Finde ich super geil. Und es gibt auch noch eine neue Form. Echt? Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Warte, ich mach's mal auf. Mach's bitte nicht auf, sonst bestell ich auch noch mal her. Aber benutzt Code SWG. Nee, ganz vergessen. Hier, die heißt Trunk. Das ist so, ich find das so ein Hybrid aus, äh, Pyramiden und Drop Bowl. Also so ein bisschen, so Einflüsse von beiden, weißt du? Ja, aber ich find die Form sehr cool. Ja, hat was auf jeden Fall. Und dann wollte ich erst die halt bestellen, diese Trunk-Form. Und dann hab ich einfach noch mal, ich hab so, Digga, fünf Seiten Cesar Bowls, hab mich da durchgeguckt und dann hab ich halt die hier gesehen. Ja, okay. Nee, warte, da ist die Blue. Wo ist die Türkis? Ausverkauft. Aber von da. Ja, das ist halt wirklich, also wir können's auch für alle, die gerade so zugucken, kann ich's auch noch mal ins Video mit einbauen. Äh, so sieht das Ding aus. Also, da ist wirklich, äh, absolut Feierabend bei diesem Design und bei dieser wunderschönen Farbe. Ja. Und die, die musste einfach sein. Die, die musste einfach sein. Und dann bin ich reingegangen. Na, ne? Hier in den Warenkorb und dann kannst du Warenkorbe arbeiten und dann kannst du, kannst du da noch schön, hier, ne? Kannst du entweder SWG oder Directly eingeben, dann kriegst du noch die zwei Untersetzer dazu, noch Support für entweder Alex oder mich. Ja. Und du zahlst halt nur 140 Euro statt normal... 180. 180 Euro. Ja. Krank. 40 Euro gespart. Go for it. Wunderbar. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Also, falls ihr da Interesse habt, seid noch schnell, weil das endet heute am Freitag, ich weiß nicht genau wann, ich glaub von 12 bis 12 Uhr wahrscheinlich. Müsst ihr mal gucken, ob's noch aktuell ist. Ja. Aber das wollte ich noch mal kurz dazu sagen, weil Cesar Ball 20 Prozent auf so viele verschiedene kriegt man nicht oft. Ja. Ja. So, ich würd sagen, bei den nächsten zwei Themen, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich glaub auch. Weil vielleicht haben wir dann sogar mehr als nur drüber reden, sondern können auch schon zeigen. Ja, stimmt. Da warten wir doch mal um. Und dann würd ich sagen, hoffen wir natürlich wie immer, dass euch der Shisha-Cast hier gefallen hat und dann hören wir uns hoffentlich in Episode 34 wieder. So sieht's aus. Alex. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Dito, hoff ich auch. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge.